Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, nochmal herzlich willkommen. Ich habe mich jetzt gleich mal hingesetzt. Vielleicht nicht ganz höflich, aber ich habe jetzt Angst, dass dann das Mikrofon vielleicht nicht mehr funktioniert für die Gesprächsrunde. Also ich persönlich bin überwältigt, dass zu einem Gespräch, zu dem wir einladen, doch einige gekommen sind. Tom, bitte etwas lauter. Danke. Bin ich gut zu verstehen, auch ganz hinten? Schön. Das ist doch ein bisschen dicht dran. Das Wetter spielt mit. Jetzt könnte ich sagen, Gott würfelt nicht. Der scheint das Thema auch zu lieben, was wir heute behandeln möchten mit euch gemeinsam. Und ja, ich bin also sehr aufgeregt, sehr emotional berührt. Und das läuft schon die ganzen Tage in einer ähnlichen Weise, dass wir beim Palais Sommer viele Menschen scheinbar begeistern, die uns auch unterstützen an den Eingängen mit unseren kleinen Unterstützerboxen. Das hilft uns, dieses Festival weiterzuentwickeln. Wir haben noch sehr viel vor. Und die Palais Gespräche ist eigentlich eine Idee gewesen, wo ich gedacht hatte, wir haben Malerei, wir haben Poesie, wir haben Musik, wir haben Literatur, wir haben Yoga. Ich weiß nicht, wer von euch schon etwas eher gekommen ist. Also das war fast genauso voll, nur dass natürlich jetzt etwas weniger, die haben alle gelegen oder in bestimmten Posen Yoga praktiziert. Und das funktioniert also früh um 8, das funktioniert 18 Uhr. Und wer von euch Yoga macht, der weiß, das ist ein Weg ohne Rückfahrkarte, sage ich immer. Das heißt, wer mit Yoga anfängt, begibt sich fast zwangsläufig in einen Transformationsprozess und begegnet so seinen Schattenseiten. Und plötzlich heilen vielleicht die ein oder anderen Beziehungsprobleme. Neue kommen natürlich auch hinzu, klar. Aber es ist ein guter Weg und ich freue mich wahnsinnig, dass so viele diesen Weg hier mit uns teilen, an diesem traumhaften Ort. Und ja, ich bin einfach hin und weg. Begrüßt bitte mit mir ganz, ganz herzlich folgende Gäste. Ich habe einen Moderator gewonnen, freue ich mich sehr. Der hat spontan zugesagt, hat gesagt, das Thema findet er spannend. Und da ging es auch gar nicht um irgendwelche Gagen, ich gebe ihm trotzdem Geld. Aber er wollte erst mal keins und das ist gut. Begrüßt. Aber es ist ja Arbeit. Also man muss sich, also Arbeit ist vielleicht auch noch ein Thema heute. Ja, Arbeit hat auch einen Wert. Aber vielleicht behalten wir mal dann für die Runde. Ja, herzlich willkommen erst mal Dr. Peter Ufer, unser Moderator. Herzlich willkommen Richard David Precht. Und herzlich willkommen, also ich freue mich über alle drei wirklich gleich, ganz ehrlich. Und herzlich willkommen Christian Felber aus Österreich. Ich hatte vorher überlegt, weil diese Palaisgespräche eine Veranstaltung ist, die ich sehr gerne hier entwickeln möchte. Ich möchte gerne Kunst, Kultur und Bildung zusammenführen, aber immer in einem kulturellen, künstlerischen Kontext, dass keine Hürden aufgebaut werden und dass möglichst viele Menschen, egal woher sie kommen, barrierefrei, ohne Eintritt, diese Angebote, genau, jetzt wird erst mal die Flasche geöffnet, dass sie diese Angebote nutzen können. Und ich wurde, ich wurde, ich wurde, es geht ja schön los. Und ich wurde gefragt, oder ich habe mich selber gefragt, willst du das moderieren? Und da habe ich gedacht, nee, also ich bin eigentlich kein professioneller Moderator. Ich schlüpfe lieber dezent, ein bisschen in den Hintergrund, in die Rolle des Palais-Sommer-Gastgebers. Das Thema habe ich natürlich nicht ohne Grund ausgewählt. Und wenn Platz ist im Gespräch, würde ich vielleicht auch den einen oder anderen persönlichen Gedanken zu diesem Themenfeld äußern. Oh, vielen Dank. Ja, also erst mal herzlich willkommen nochmal zum Wohl. Ja. Zum Gemeinwohl. Auf das Gemeinwohl, ja. Und ich würde jetzt gerne das Wort reichen an Peter. Wir werden uns übrigens alle duzen auf der Bühne und wir wollen auch euch duzen. Also, ich habe mal gehört, die Seele kann man nicht siezen. Das vielleicht so als kleine Randbemerkung dazu. Ja, genau. Ich stelle jetzt mal den Jörg vor, bevor er komplett zerfließt. Das ist Jörg Polenz, 1964 in Dresden hier geboren. Und die einen oder anderen werden ihn vom Filmfest kennen. Viele kennen ihn vielleicht von den Filmmächten. Und Jörg Polenz ist in seinen, in den 90er Jahren, so habe ich ihn jedenfalls kennengelernt, zu einem ziemlich unangenehmen Menschen geworden. Das darf ich so sagen. Ich kenne dich aus dieser Zeit. Er ist nämlich Unternehmer geworden. Also, er hat hier die Schule besucht in Dresden. Und nach 90, als er dann die Filmnächte irgendwann angefangen hat, war es zwischendurch mal so, dass ich ihm nicht unbedingt begegnen wollte, weil er mehr und mehr an sozialer Inkompetenz gelitten hat. Und nun ist es tatsächlich verblüffend, dass im Laufe des Lebens sich Menschen ändern können. Er hat also vor acht Jahren hier den Palais-Sommer gegründet. Und plötzlich ist er aus ihm ein angenehmer Mensch geworden. Ein wirklich sympathischer Typ, der sogar auf der Bühne heult. Also Glückwunsch, Jörg. Er hat Kulturwissenschaften studiert und macht Dinge, die einen wirklich erfreuen. Also er bringt so viele Menschen wie uns heute Abend hier zusammen, eintrittsfrei. Und er sagt einen interessanten Satz zu dem Thema, das wir heute Abend besprechen wollen, nämlich der Fisch stinkt zuerst vom Kopf. Und ich stelle aber die anderen Herren auch noch vor. Links neben mir sitzt Christian, Christian Felber. Du bist ja hier der Jüngste in der Runde, 1972 geboren. Wir sind alle 64er Jahrgang, auch Richard, 64er Jahrgang. Das ist ja der Jahrgang, wo die meisten Deutschen geboren wurden. In Österreich wurde da wahrscheinlich niemand geboren, deshalb 1972. Also herzlich willkommen aus Österreich. Kommen ja Menschen, wo wir nicht immer gute Erfahrungen gemacht haben, aber du bist ein positiver Mensch. Wenigstens eine Ausnahme. Genau. Du bist Kapitalismuskritiker. Wie gesagt, in Salzburg geboren, Autor, Gründungsmitglied von Attac in Österreich und hast viele Sachen studiert in Wien und in Madrid. Romanische Philologie, Politikwissenschaften, Psychologie, Soziologie. Du bist Lektor an der Wirtschaftsuni in Wien. Und 2004, was ich auch sehr spannend bin, seit 2004 tanzt du. Und wer morgen um 18 Uhr hier mit Christian tanzen möchte, der ist nochmal herzlich willkommen. Vielleicht sind dann wieder alle da. Also morgen gibt es einen Bewegungsnachmittag oder Bewegungsabend mit Christian hier 18 Uhr. Aber was das Interessante ist, neben dem Tanz auf dieser Wiese hat er sich der Gemeinwohlökonomie verschrieben. Und er sagt, auch einen wichtigen Satz, Wirtschaft entzieht sich grundsätzlich der Demokratie. Damit würde ich dann gern mit dir intensiver reden wollen. Rechts neben mir, der Herr, den viele aus der Buchhandlung oder aus dem Fernsehen kennen. Richard David Precht, wie gesagt, in Solingen geboren, 64. Und wer dann später noch Bücher von ihm eventuell erwerben will, dort hinten ist so ein Schirm. Da sitzen zwei nette junge Damen, drunter von der Loschwitzer Buchhandlung. Und dort kann man Bücher von Christian und von David kaufen. Richard hat, wie ich finde, ebenfalls einen sehr interessanten Ansatz. Nicht nur, dass die meisten von uns wahrscheinlich seinen Bestseller gelesen haben. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Hat selbst mein Sohn gelesen, das er angesebt, die angebliche Twitter-Generation nicht mehr liest. Das spricht für dich. Was mich ein bisschen wundert, ist nur, von welchem Buch du auf der Bestsellerliste ersetzt wurdest 2012. Nämlich von Darm mit Charme. Ja, vielleicht gleich mal die erste schnelle Frage, macht dir das Sorgen? Also ich glaube, ganz chronologisch war es die Biografie von Bushido, die mich damals abgelöst hat. Und ich hatte nachher das Vergnügen, Bushido mal kennenzulernen. Wir waren unglücklicherweise in der gleichen Sendung. Und das hat immerhin dazu geführt, also wir haben uns nicht geprügelt in der Sendung, aber die Sendung wirkte oft so, als wäre es kurz davor. Und es hat meinen Bekanntheitsgrad bei Taxifahrern mit Migrationshintergrund enorm erhöht. Ja, das glaube ich sofort. Ey, du bist der Typ, der mit Bushido in der Sendung war. Also auch Bushido hat was Gutes. Du sagst, dass eigentlich die Visionen unserer Gesellschaft weder von der Politik noch in Wahrheit von der Philosophie kommen, sondern aus dem Silicon Valley und dass uns die Digitalisierung demnächst eine komplett andere Gesellschaft bescheren wird und dass die Digitalisierung den Kommunismus schaffen könnte. Darüber würde ich mit dir heute Abend auch sehr gern sprechen. Ich habe zufällig die Sendung gesehen, wo du mit Sarah Wagenknecht über dieses Thema gesprochen hast. Und ich habe Sarah Wagenknecht selten sprachlos gesehen, aber als du gesagt hast, der Kommunismus steht kurz bevor, da war sie wirklich verblüfft. Jörg, du hast diese Geschichte mit dem Fisch angesprochen. Lass uns nochmal darüber reden. Der Fisch stinkt zuerst vom Kopf. Und die Frage an dich, wo siehst du denn eigentlich den Kopf? Also ich bin erstmal noch am Verdauen, was er vorhin gesagt hat. Aber war das unhöflich? Das war alles gut, das ist alles gut, das stimmt ja auch. Aber jetzt so auf so einer Bühne sowas zu hören, das ist... Du hast mich eingeladen, du hättest damit rechnen müssen. Nee, aber ich danke dir dafür, aber ich verdauere noch ein bisschen. Aber zu deiner Frage. Wenn ich darüber nachdenke, wo möglicherweise im real existierenden Kapitalismus systemische Störfelder liegen könnten. Viele Themen begegnen mir im Alltag, zunehmend mehr in den letzten Jahren. Das sind Themen natürlich der Verteilung. Das ist das große Thema. Wie funktioniert eigentlich eine Bank? Wie funktioniert das Geldsystem? Ich habe bis vor kurzem wirklich nicht erahnt, dass wenn ich zur Bank gehe, zur Sparkasse als Beispiel oder zu irgendeiner anderen Bank und sage, ich brauche einen Kredit über 10.000 Euro für was auch immer, dass da niemand irgendwoher in einem Tresorraum 10.000 Euro für mich herbeischafft, die er mir dann mit Zinsen weitergibt, sondern das Ganze passiert aus dem Nichts per Knopfdruck. Digitalisiert. Digitalisiert. Oder es wird im Prinzip letztendlich wertloses Papier ausgedruckt. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass am Ende ich aber über ein Vertragswerk der Bank in die Pflicht genommen werde. Ein Vertragswerk, was ich auch natürlich nicht verstehe. Es ist ja dick und wer solche Kreditverträger dergleichen kennt, man will das auch gar nicht lesen. Man will da gar nicht so in die Tiefe eindringen, weil das ist ein Stück weit auch entkoppelt vielleicht von unseren Bedürfnissen. Und dann aber, wenn ich den Kredit nicht zurückzahlen kann, dann hat die Bank plötzlich Zugriff auf meine Realwerte. Also ich muss dann irgendwas abgeben dort oder ich verschulde mich und muss dann ein halbes Leben lang bürgen. Das sind also Themen, die mich berühren und wo ich frage, warum ist das so, wie funktioniert das eigentlich wirklich? Also die Geldwirtschaft ist für dich der Kopf, wo es stinkt? Das weiß ich nicht genau, ob das der Kopf ist. Es ist zumindest ein Themenfeld, was mir Sorgen macht. Ein anderes Themenfeld ist, dass ich bemerkt habe, auch im Kontakt mit Politikern, egal auf welcher Ebene, ob auf dem Stadtrat, Landtag oder im Bundestag, Politiker und Parteien befinden sich in einem permanenten Konkurrenzkampf. Das heißt, man spricht auch vom politischen Gegner. Man konkurriert miteinander, es werden Machtkämpfe ausgetragen, die Diskussionen verlaufen nicht selten in dem Raster gut, böse, richtig, falsch, rechts, links. Und eigentlich müsste es doch so sein, dass gewählte Volksvertreter sich zusammenfinden, ich idealisiere jetzt, erkennen im besten Falle, wo liegen gesellschaftlich Probleme und wie können wir die gemeinsam lösen. Gibt es für dich eine Partei, wo du sagst, dort wären die Visionen, die für dich passen würden, verhandelt? Ich nehme keinerlei Visionen von keiner Partei wahr, wo ein Zukunftsbild für die Gesellschaft entworfen wird. Ich kenne keine Visionen. Richard, kennst du irgendeine Partei, wo du sagen würdest, du hast letztens ja verschiedene Gespräche gehabt, eine Partei, wo eine Vision für dich vorkommt oder überhaupt noch anders gefragt, kennst du überhaupt eine Partei, die Vision entwickelt? Also es mag sein, dass es irgendwo kleine versteckte Parteien gibt, bei denen das so ist, das kann ich nicht beurteilen, bei den im Bundestag vertretenen Parteien und dazu kommt ja demnächst die AfD, ist das nicht der Fall. Woran liegt das? Wir leben in einer Zeit, in der auf der einen Seite die Retropie blüht. Also die Rückwärtsgewandtheit. Genau, das ist die Vorstellung, früher war alles besser. Das wird von einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung geteilt. Dafür muss man nicht auf eine Pegida-Demo gehen und auch nicht AfD wählen. Das ist so die grundsätzliche Haltung, dass man denkt, das war früher besser. Und in der vorhin angesprochenen Sendung mit Frau Wagenknecht konnte ich sehr genau entnehmen, dass für sie eigentlich der Idealzustand in den 70er Jahren in der Bundesrepublik, in den Zeiten von Willy Brandt war. Gut, und bei der SPD sind es... Und dann kam der Sündenfall, dann kam Schröder und dann kamen die Harzgesetze und dann wurde alles schlecht und so weiter. Aber es gab auch mal eine Zeit, die besser war. Und wir müssen irgendwie versuchen, wieder in diese Zeit zurückzukommen. Nun gibt es aber in der Geschichte der Menschheit kein Freiwilliges zurück. Und das ist das, was ich fand Frau Wagenknecht sympathisch und intelligent. Aber das hat mich natürlich verblüfft. Ja, verblüfft auch, dass nichts da war. Ich möchte dich trotzdem mal unterbrechen. Und zwar die Frage noch mal anderer Parteien, die du alle für rückwärtsgewandthältst. Die AfD, verortest du in den 50er Jahren vielleicht oder noch früher? Ja, genau, also in den 50er Jahren und ein paar in der AfD auch gerne noch 10, 15 Jahre weiter nach vorne. Aber es ist sozusagen die Vorstellung, als wäre Deutschland früher mal in gesegneteren Umständen gewesen. Und es ist ja klar, dass sozusagen das Idealbild der AfD, also klassische Rollenverteilung von Mann und Frau, so 50er Jahre, die Zeit, wo Frauen ohne Unterschrift ihres Gatten keine Mietverträge unterschreiben konnten und keine Konten eröffnen und so, dass das natürlich was ist, das nicht wiederkommt. Da sehe ich so ein Bild von der Rama-Reklame, rot-weiße Tischdecke, ja, alle haben rote Bäckchen, Wirtschaftswunder, Fleisch kommt auf den Tisch und so. Das ist ja irgendwie, da wird ja mit Gefühlen gespielt, wobei, ich meine, ich kann ja was nachvollziehen davon. Es gibt ja tatsächlich Dinge, wo ich sagen würde, die fand ich früher wirklich besser. So, dass alle Gewalt in der Schule irgendwie noch vom Lehrer ausging und nicht vom Schüler. Oder die Vorstellung, die man sich macht, dass es Familien gab, wo mal alle zugehört haben und nicht jeder Pubertierende auf seinem Handy rumspielte. Also, ich verstehe, was in den Köpfen der Menschen vor sich geht, die sagten, da war doch früher vieles besser. Ich verstehe, was in den Köpfen vor sich geht. Genau, da kommen wir ja noch hin. Ich will erst mal von den Parteien reden. Aber das ist natürlich keine politische Utopie. Ja, und das ist auch nichts, was in irgendeiner Form etwas entwirft. Jetzt gibt es das Zweite. Das ist die Dystopie. Das ist die Angst vor der Zukunft. Genau. Und diese Angst ist berechtigt. Das ist die Dystopie, die sich ausrechnet, wenn das, was gerade durch die digitale Revolution passiert, wenn sich das fortsetzt, was kommt dann eigentlich am Ende dabei raus? Ja, ich weiß nicht, ob es jemals freie Märkte in Deutschland oder in der Welt gab, aber sie waren mal freier, als sie heute sind und irgendwann bleiben nur noch ganz wenige Monopolisten übrig. Das ist in der Chemieindustrie so, das ist sowieso in der digitalen Industrie so, das ist in der Finanzindustrie so, das ist in der Automobilindustrie so und wir erleben überall das Verschwinden von Märkten. Und wenn wir uns dann gucken, die Digitalisierung treibt das weiter vorwärts. Zweitens bekämpft sie unser humanistisches Menschenbild. Früher wurden aber in der zweiten industriellen Revolution bei Ford die Einzelteile eines Autos zusammengeschweißt. Das wurde zusammengesetzt und in die Welt verkauft. Heute wird das gleiche mit ihnen gemacht. Die Profiler entwickeln aus ihren Daten sozusagen ihr Profil, packen sie mit anderen zusammen in die Tüte und verkaufen die Daten. So, und das sind alles Dinge. Ich könnte überall anfangen und sagen, das wird furchtbar, das wird furchtbar, das wird furchtbar. Aber, das wird ja nur dann furchtbar, also es wird nur dann Dystopie, Negativ-Utopie, wenn kein politischer Gestaltungswille dafür sich einsetzt, sich zu überlegen, wie können wir die positiven Möglichkeiten der Digitalisierung so nutzen, dass wir etwas Gutes für Menschen schaffen, was vielleicht am Ende gar nicht schlechter ist, als was wir heute haben, sondern besser. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, warum das keine Partei macht. Der Grund, warum die Parteien das nicht machen, ist relativ einfach. Eine wichtige Begleiterscheinung der digitalen Revolution, die eine gewaltige Revolution ist, das ist nicht so eine kleine Veränderung, das ist wie bei der ersten industriellen Revolution, eine komplette Umkrempelung unserer Gesellschaft. Die wird dazu führen, dass in 20 Jahren etwa die Hälfte der Menschen hier keine Arbeit mehr haben. Und das ist etwas, was den Menschen Angst macht. Jedenfalls unter den gegenwärtigen Bedingungen, wie wir das gegenwärtig uns vorstellen. Und das wollen die Politiker nicht, die wollen den Leuten keine Angst machen, sondern eine Wahl gewinnt man, indem man den Leuten ein Wohlfühlgefühl vermittelt. Und deswegen erzählt man ihnen nicht, was da tatsächlich drauf loskommt. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, man wüsste auch nicht als Rezept, was man dagegen tun sollte, außer absolut ins Räder- und Speichenwerk unseres Gesellschaftssystems einzugreifen. Und das ist etwas, was die Parteien auch nicht wollen. Und jetzt kommt das Dritte. Wenn sie das tatsächlich machen würden, wenn sie also sich, darüber werden wir noch reden, über ein komplett anderes Steuersystem nachdenken würden in diesem Land, über ein komplett anderes Bildungssystem, dann werden sie sofort medial attackiert. Und zwar massiv, bereits bei der kleinsten Abweichung. Der Politiker weiß, wenn er nicht stark abweicht, kann er uralt in seinen Ämtern werden. Wenn er aber irgendwann mal hingeht und irgendwas Gewagtes und etwas macht und irgendwas Zukunftsgerichtetes versucht, in den Mittelpunkt seiner Rede oder sowas zu stellen, dann geht da ein riesen Wagnis ein. Also ganz kurz zum Schluss mit einem Bild. Der italienische Westernregisseur Sergio Leone hat mal auf die Frage, was unterscheidet einen amerikanischen Western von einem italienischen Western, gesagt, wenn bei John Ford jemand aus dem Fenster guckt, hat er den Blick in eine strahlende Zukunft. Und wenn bei mir einer aus dem Fenster guckt, dann weiß jeder, der wird jetzt erschossen. Und genau so ist das heute mit Visionen. Wenn Sie sich wirklich trauen, als Spitzenpolitiker, stellen Sie sich mal vor, in einem Wahlkampf würde ein Kanzlerkandidat sagen, wir müssen aufhören, Arbeit zu besteuern, sondern vielleicht in Zukunft nur noch Finanzen. Was das auslösen würde, selbst wenn er so eine Idee schon mal in seinem Leben gehabt hat, beraten lässt er sich von anderen Leuten und tun würde er es nie. Wir können im Augenblick aus dem gegenwärtigen Geschäft, aus dem laufenden Geschäft, den Kurs nicht ändern. Und dann können wir gleich darüber nachdenken, wie man es dann macht. Herzlichen Dank. Christian. Ich will zwischendurch vielleicht noch kurz erwähnen. Es gibt dort vorn die Möglichkeit, eure Fragen abzugeben. Also ich habe natürlich eine Riesenliste von Fragen, aber hier sind glaube ich 4000 Leute und jeder von euch hat viel, viel bessere Fragen noch als ich. Also der Abend wird so verlaufen, dass ihr eure Fragen aufschreibt, geht dort zu diesem schönen Stand, wo es auch die Bücher gibt. Dort könnt ihr eure Fragen aufschreiben. Es wird eine Pause geben. In diesen 20 oder 30 Minuten Pause werden wir uns die Fragen angucken und dann die wichtigsten natürlich hier vorn stellen. Wir wollen nicht mit dem Mikrofon rumgehen. Das machen wir aus dem Grund nicht. Dann wären wir morschen früh um 8 Uhr wahrscheinlich erst fertig. Peter, entschuldige, noch eine Bemerkung organisatorischer Natur. Die Annika, ich hoffe sie hört mich jetzt, und vielleicht noch eine zweite Kollegin, vielleicht noch die Netti, die werden mit Bauchläden rumgehen und wir haben kleine Karteikertschen und Stifte vorbereitet. Also für all diejenigen, die jetzt keinen Zettel und Stift haben, einfach ein Handzeichen und dann, so Gott will, kommt jemand vorbei und überreicht euch Zettel und Stift. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Annika, liebe Netti, lieber Tom, das muss ich jetzt loswerden, wie beim Wunschbriefkasten, für eure Unterstützung dieser Veranstaltung heute. Danke euch. Christian, teilst du diese Einschätzung, die Richard hier gerade sehr freundlich abgelassen hat? Also zunächst mal, grüße aus Öziland, wir machen auch Yoga dort. Ja. Wir werden dann morgen vertiefen. Ja, ich teile das, speziell was die Parteien im Bundestag betrifft, aber die haben schon eine so lange Karriere der Anpassung und des Visionsverlustes hinter sich. Und ist das in Österreich genauso? Ja, ohne jeden Unterschied. Wenn sie das wagen würden, wenn sie eine Eutopie präsentieren würden, anstelle einer Retropie oder einer Dystopie, also eine schöne Gesellschaftsvorstellung, eine zukunftsfähige, so etwas, was wir noch nicht hatten, eine Gemeinwohlökonomie, eine Vollgeldreform. Ein bisschen lauter musst du sprechen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Mikrofon lauter stellen kann oder ob... Das können wir nicht in Österreich. Doch, versuch mal. Hol mal richtig Luft und dann los. Also ganz dicht dran. Jetzt berühre ich das Mikrofon schon beinahe. Das ist ein gutes Gefühl. Sprich, hört ihr mich jetzt? Okay. Ja, leider haben wir das gleiche Problem in Österreich. Allerdings, was die Parteien in den Parlamenten betrifft, die schon eine lange Karriere der Anpassung, der Einebnung und des Visionsverlustes hinter sich haben, die werden nicht mit sogenannten Eutopien aufwarten, anstelle der Retopie oder der Dystopie. Die Eutopie ist ja eine visionäre Gesellschaftsvorstellung, eine gemeinwohlorientierte Ökonomie, ein gemeinwohlorientiertes Finanz- und Geldwesen, ein ethischer Welthandel oder eine Vollgeldreform, um auf deinen Punkt einzugehen, liegt auf dem Tisch, wurde sogar hier in der Nähe in Halle entwickelt, von einem Soziologen, weil die Ökonomen auch dieses Thema nicht aufgegriffen haben, würde bedeuten, dass das Geld von der demokratisierten Zentralbank geschöpft wird und der Geldschöpfungsgewinn zum Beispiel als Teil eines allgemeinen Grundeinkommens an den Souverän ausgeschüttet wird. Das Recht der Geldausgabe war sogar in Monarchien schon ein Souveränsrecht, sprich ein Recht des Königs. In den Demokratien haben wir auf dem Weg, auf dem Übergangsweg von der Monarchie zur Demokratie etwas Wichtiges vergessen, nämlich die Souveränsrechte. Wir haben unsere ganze Aufmerksamkeit auf die individuellen Grund- und Menschenrechte gelenkt, zu Recht. Das ist eine großartige, vielleicht die wichtigste Errungenschaft in den letzten Jahrhunderten, aber wir haben vergessen, dass wir auch kollektive Souveränsrechte haben könnten und die es schon in der Monarchie gab. Und das heißt natürlich nicht nur das Geld selbst ausgeben, das heißt an erster Stelle eigentlich die Verfassung neu schreiben. Und erst wenn wir uns überhaupt die Freiheit nehmen zu denken, dass wir die Verfassung neu schreiben könnten, dann kommen als Folgegedanken ganz leicht daher eine andere Ökonomie, ein anderes Finanzsystem, ein anderes Handelssystem oder zum Beispiel, dass wir das Geld erschaffen dürfen. Okay, ich würde gerne nochmal auf die momentane Situation kommen. Also Richard, wie würdest du die momentane Situation beschreiben? Wir haben, also viele Leute, die heute Abend hier sind, haben das Jahr 1989 hier im Osten, in Dresden oder in Leipzig oder wo auch immer erlebt und manchmal wird man das Gefühl nicht los, dass wir uns vielleicht heute schon wieder in einer ähnlichen Situation befinden. Wie siehst du das? Ich glaube, dass das in einer gewissen Hinsicht so ist, nur dass der Umbruch noch größer wird. Und das ist für die Menschen, die hier jetzt gerade sitzen, sie werden das schaffen. Ob die Leute in der alten Bundesrepublik das so einfach schaffen, die einen solchen Umbruch wie den, den sie 1989, 1990 erlebt haben, noch nicht erlebt haben, ist eine andere Frage. Diese Veränderung wird deswegen so groß sein, weil die wirtschaftlichen Revolutionen sind die entscheidenden Revolutionen in der Geschichte der Menschheit gewesen. Und wir erleben jetzt die vierte große wirtschaftliche Revolution. Die erste industrielle Revolution hat dem Kapitalismus zum Siegeszug verholfen und die bürgerliche Gesellschaft ermöglicht. Überlegen Sie sich mal, wie das Leben 1750 aussah und 1850. Es hat sich alles im Grunde genommen verändert und Deutschland wurde von einem Agrarstaat zu einer Industrienation. Die ganze Durchsetzung der bürgerlichen Macht, das Abdanken des Adels, die gesamte Lebenswelt hat sich in jeglicher Hinsicht verändert. Es entstand so etwas wie eine Rechtsprechung für jedermann, was es vorher nicht gab. Aber es entstanden natürlich durch die industrielle Revolution auch all die lichtlosen Hinterhöfe am Prenzlauer Berg mit den tuberkulose kranken Kindern, 14 Kinder auf einem Flur, ein Klo im ganzen Haus und so weiter. Da, wo heute die Kinder der Besserverdienenden ihre Eigentumswohnungen beziehen, da haben damals die Ärmsten der Armen gelebt. Und das ist interessant, weil das alles hat den Sozialismus hervorgebracht, das hat die Klassenkämpfe hervorgebracht, die Arbeiterbewegung, Alles das, Folge der ersten industriellen Revolution. Du hast aber was vergessen. Es hat auch den ersten Weltkrieg hervorgebracht. Das war die zweite industrielle Revolution, hat im ersten Weltkrieg gemündet. Die Überforderung der Moderne, die völlige Veränderung der Welt, also die erste industrielle Revolution bringt die Industrieproduktion. Die zweite industrielle Revolution um 1900 beginnt die industrielle Massenfertigung, also die serielle Produktion. Während für die erste quasi die Dampfmaschine als Bild steht, steht für die zweite die Fließbänder bei Ford, wo die ersten Automobile in Serie hergestellt werden als Bild. Und die Überforderungskrise der technologischen Revolution, plötzlich baut man Wolkenkratzer, plötzlich kann man Aufzüge machen, plötzlich wird alles elektrifiziert. Autos statt Pferdekutschen in den Städten. Das alles hat unter anderem in der Überforderungskatastrophe des Ersten Weltkrieges gemündet. Und jetzt stehen wir wieder bei einem Umbruch vergleichbarer Größenordnung. Und was passiert jetzt? Was jetzt passiert ist, dass jene Gesellschaft, die die erste industrielle Revolution hervorgebracht hat, die sogenannte Arbeits- und Leistungsgesellschaft, die bürgerliche Arbeitsgesellschaft, zusammengehalten durch die Zentraltugend der Tüchtigkeit, Tüchtigkeit ist ein Wort, das aus Tugend abgeleitet ist, Tüchtigkeit ist die Tugend der Arbeitsgesellschaft, dass diese Gesellschaftsform zu Ende geht. Weil wir nämlich irgendwann in einer Welt leben werden, in dem ein sehr großer Teil aller Arbeiten von Computern und Robotern erledigt werden und nicht mehr von Menschen. Und damit kommen wir wieder in einen Zustand, wie vor der ersten industriellen Revolution. Denn das Interessante ist ja, der Adel hat nicht gearbeitet. Früher waren die Privilegierten die, die nicht arbeiten mussten. Die athenischen Bürger, die die Demokratie hervorgebracht haben. 25.000 weiße, privilegierte Männer, die nicht gearbeitet haben. Die haben die Sklaven, die Ausländer und die Frauen. So wie das heute in weiten Teilen der Welt ist. Wollen wir nur nach Kuwait gehen, da ist das genauso. Und in Zukunft werden das die Computer und die Roboter sein. Und damit leben wir in einer anderen Welt. Richard, jetzt interessiert mich, das ist eine Prämisse, die du setzt. Du sagst, Computer werden künftig und Roboter die Arbeit übernehmen. Nein, nicht die Arbeit, aber einen beträchtlichen Teil der heute bestehenden Arbeit. Du sagst, dass ungefähr die Hälfte aller Arbeitsplätze künftig wegfallen werden. Kannst du erklären, wie du dazu kommst? Worauf begründet sich das? Ja, genau. Also das ist gut, dass du fragst, weil man könnte ein Gegenargument bringen. Und zwar das sogenannte Solo-Modell. Das Solo-Modell, also benannt nach einem Herrn namens Robert Solo, der dafür für seine Contribution of the Theory of Economic Growth, was er in den 50er Jahren geschrieben hat, später in Wirtschaft zum Bellpreis gekriegt hat. Und darauf verlässt sich immer noch zum Beispiel Michael Lüther vom Institut der deutschen Wirtschaft und einige Ökonomen verlassen sich darauf und flüstern das unseren Politikern ein. Und das ist folgender Gedanke. Immer, wenn die Produktivität durch technischen Fortschritt steigt, werden mehr Leute in Arbeit und Brot gesetzt. Und das hat ja nun dreimal funktioniert. In der ersten, in der zweiten und in der dritten industriellen Revolution. Warum soll denn das zu Ende sein? Also werden wir nicht Millionen von neuen digitalen Arbeitsplätzen schaffen? Und das ist das, was die Einflüsterer im Augenblick der Wirtschaft erzählen. Das ist das, was Martin Schulz und was Angela Merkel, wenn sie sich Sorgen machen, zu hören kriegen, weil sie sich lieber auf diese Leute verlassen als auf die anderen. Faktisch ist es allerdings so, dass der größere Teil der Ökonomen daran nicht mehr glaubt und zwar aus folgendem Grund. Die anderen drei sind einhergegangen mit der Globalisierung. Die erste industrielle Revolution hat dazu geführt, dass man Rohstoffe von überall aus der Welt geholt hat, die man verarbeitet hat und man hat überall mit allem, was man gemacht hat, neue Märkte erschlossen. Die ganzen verlängerten Werkbanken, die ganzen Absatzmärkte, die man von Taiwan bis Indonesien und so weiter, überall in Brasilien, in der ganzen Welt geschaffen hat. Es gibt aber für die digitale Revolution keine neuen Märkte zu erschließen. Und weil diese Form des Wachstums nicht stattfindet, wird die digitale Revolution einzig und allein auf Effizienzsteigerung innerhalb bestehender Märkte gehen. Ich kann natürlich sagen, es gäbe potenziell noch Märkte. Schwarz-Afrika, da gäbe es noch Märkte. Aber diese Märkte werden in den nächsten 20, 30 Jahren nicht erschlossen werden. Während gleichzeitig durch Effizienzgewinne bei uns die Dienstleistungsberufe nicht alle wegfallen. Es gibt noch Kindergärten in 31 Jahren. Es gibt noch Leute, die für reiche Leute Marmorfußböden, die aus Marmor bestehen, verlegen. Aber für alle andere wird es Marmor aus einem 3D-Drucker sein. Und der allergrößte Teil der Handwerksarbeiten wird ebenfalls quasi seriell produziert werden. Deine Beschreibung geht ja noch weiter, dass du sagst, gerade in der Autoindustrie, wenn das selbstfahrende Auto irgendwann kommt, wird die Autoindustrie zum größten Teil nicht mehr existieren. Ja, die deutsche Automobilindustrie verschwindet. Aber trotzdem, da nochmal die Frage. Das ist kein Quatsch. Die verschwindet sowieso. Also das, was sie jetzt gerade im Augenblick mit Kartellen und Diesel-Affären machen und so weiter, sind kleine Vorbildungen. Das ist alles Scheindiskussion. Ja, wir werden, also in Dresden werden sie in 20 Jahren vielleicht schon wesentlich eher, nicht mehr mit einem eigenen Pkw, ja, und zwar egal, was der für einen Antrieb hat, durch die Stadt rumfahren, sondern da werden sie eine Flatrate auf dem Handy haben und dann haben sie ein selbstfahrendes Auto, das zukommt und dann gehen sie rein, brüllen da ins Lenkrad rein, wo sie hinwollen und der fährt ihnen dahin, wo sie hinwollen. Das ist völlig klar, dass das kommt. Die spannende Frage, die mich mir stellt, ist nicht, ob das kommt. Ich finde das großartig, dass das kommt. Wir werden viel weniger Menschen überfahren. Wir haben insgesamt weniger Verkehr. Wir können den ganzen Parkbereich begrünen. Das ist alles positiv. Es gibt ein paar andere Sachen, die mich daran stören, dass einzig und allein Google oder wer auch immer oder Samsung am Ende das Geld abschöpft aus diesem Prozess. Also Straßen benutzen, die der Steuerzahler bezahlt hat, um das Geld in Unternehmen zu verlagern, die hier keine Steuern zahlen. Das sind Sachen, die mir Sorgen machen. Aber nicht, dass die technische Entwicklung nicht die Lebensqualität erhöht. Christian, diese Gewissheit, die der Richard hier verbreitet mit bestimmten Thesen, wie sich die Gesellschaft entwickeln wird, kannst du das unterstützen? Also sind das Analysen, die auch du aus deiner Forschung, aus deiner Kenntnis hast, dass man sagt, es wird definitiv das selbstfahrende Auto kommen. Bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Woher nimmst du die Gewissheit und hast du die auch? Ich würde es gerne allgemeiner beantworten, nämlich die Summe dieser technologischen Veränderungen oder ein Produktivitätszuwachsum 50 Prozent, wenn die Hälfte aller Arbeitsplätze wegfallen sollen. Red bitte wieder lauter. Oje, habt ihr das wieder nicht gehört, was ich gesagt habe? Geht, okay. Okay, also zunächst die Frage der Plausibilität und dann die Frage, ob das wünschenswert ist. Weil selbst wenn es plausibel ist, können wir immer noch fragen, ob wir das wollen und ob das unweigerlich und naturgesetzlich auf uns zukommt oder ob es hier gestaltungsmöglich, gesellschaftliche, demokratische Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Ich zitiere dich selbst, Richard. Du hast, glaube ich, gesagt, politische Ökonomie bedeutet nicht darüber zu sprechen, wie wir leben werden, sondern darüber zu sprechen, wie wir leben wollen. Das ist sozusagen dann die zweite Frage, ob das wünschenswert ist, was vielleicht hoch plausibel ist. Und die erste Antwort, wenn einfach nur die Produktivität um 50 Prozent steigen würde, dann könnten wir auch so antworten, dass wir dann die Arbeitszeit halbieren, von 40 auf 20 Stunden. Das wäre das letzte Drittel auf dem bisherigen Weg in der Geschichte. Wir haben mit 80 Stunden begonnen, sind jetzt bei der Hälfte angelangt, bei 40 oder weniger. Das heißt, von 40 auf 20 wäre das letzte Drittel. Bei gleichen Einkommen gibt es da keine Verluste. So mal zur reinen Mathematik. Aber die Frage ist, wie wünschenswert das ist, dass die Technologisierung, die Digitalisierung weitergeht. Und die Technik ist kein Selbstzweck, sondern sie ist ein Mittel zum Zweck, nämlich ein Mittel zum guten Leben oder zum glücklichen Zusammenleben oder zum Gemeinwohl, wenn man so möchte. Und diejenigen Technologien, die das befördern, sind genauso hoch willkommen, wie wir andere Technologien, die das eben nicht leisten und die uns da vielleicht sogar eine noch sklavenähnlichere Arbeitswelt führen würden, die können wir auch ablehnen. Die Frage ist, wie kann das entschieden werden, dass wir nicht sozusagen gesamtgesellschaftlich über eine Großtechnologie entscheiden, was aber auch möglich ist, am Beispiel der Atomenergie oder der Gentechnologie. In der Landwirtschaft kann man auch gesamtgesellschaftliche Technologieentscheidungen treffen. Aber gerade was diese weitere Digitalisierung in der Unternehmenswelt und in der Arbeitswelt betrifft, kann man die beiden Schlüsselfragen stellen, wird dadurch die Arbeit sinnvoller in Unternehmen a und b wird dadurch unsere Zivilisation und Gesellschaft nachhaltiger. Nämlich wir sind jetzt extrem unnachhaltig, verbrauchen fünfmal so viel, wie uns bei einer global gerechten und nachhaltigen Verteilung zusteht. Und beide Fragen lassen sich in einer unternehmerischen Gemeinwohlbilanz beantworten. Das heißt, sowohl diejenigen Unternehmen, die diese Technologien entwickeln, die hätten dann eine negative Gemeinwohlbilanz und könnten gar nicht mehr überleben. So würde sich das entscheiden. Als auch alle anderen Unternehmen, die diese Technologien anwenden, die hätten ebenso eine negative Gemeinwohlbilanz und würden in den Konkurs gehen. Wenn wir allerdings diese systematische Entscheidung treffen würden, dass Unternehmen keine Geldmaschinen sind und ihr Daseinszweck nicht das Generieren von finanziellen Profiten ist, der keinen Menschen glücklich macht, sondern das Daseinszweck von durchaus privaten Unternehmen, die durchaus auch bis zu einer mittleren Größe im Privateigentum stehen können, die auch im Kollektiveigentum stehen können, die auch im öffentlichen Eigentum stehen können, Pluralität ist angesagt nach den beiden extremen Kapitalismus und Planwirtschaft, dass diese Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz erstellen müssen und in der Gemeinwohlbilanz wird gemessen, wie human sind die Arbeitsbedingungen, wie sinnerfüllend ist die Arbeit, was lässt diese Arbeit auch noch an anderen Lebensinhalten zu. Ich habe vorhin Yoga gemacht, das würde ich gerne öfter machen und andere Fragen, wie Nachhaltigkeit sind denn diese Technologien? Das haben wir, glaube ich, verstanden, aber die Frage ist doch, wie, ja bitte. Dann nütze ich für einen Halbsatz nur. Ja, gerne. Die höhere Arbeitsproduktivität macht immer nur dann Sinn, wenn sie Hand in Hand geht mit einer höheren Ressourcenproduktivität A und mit einer sinnvolleren Arbeitswelt B. Mich würde interessieren, wie man Unternehmen, das, was du gerade beschrieben hast, überhaupt dazu bringen kann, dass nicht mehr Rendite das Maß aller Arbeit ist, sondern das Gemeinwohl. Du zitierst ja mit Freude immer wieder die Bayerische Verfassung, wo in einem Artikel auch drinsteht, dass also Unternehmen für das Gemeinwohl da sein sollen und wenn wir nächstes Jahr 100 Jahre Demokratie feiern, könnten wir das ja endlich in die Verfassung schreiben. Aber wie wäre denn das möglich? Also zunächst, die Bayerische Verfassung ist zwar großartig, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Steht drin. Steht in Artikel 151. Grundgesetz steht eben kaum nach. In der sächsischen Verfassung steht es nicht drin. Ist dann eher die Ausnahme. Es steht in den meisten westdeutschen Bundesländerverfassungen steht es sehr ähnlich drinnen. Grundgesetz Artikel 14, Eigentum verpflichtet. Was ist ein Eigentum? Ein Unternehmen ist ein Eigentum. Ein privates wie ein öffentliches. Kein Unterschied. Beide Unternehmensformen verpflichten, sie müssen zugleich dem Wohl der Allgemeinen dienen. Grundgesetz und Bayerische Verfassung sind Spätzünder. die Konstante in der Geschichte ist, dass wirtschaftliche Tätigkeiten immer als Mittel zum Zweck der Gemeinwohlgenerierung betrachtet wurden. Also das ist eine anthropologische Konstante, ein Schipfwort, ein Pfuiwort, das ich nie verwende. Aber seit ich weiß, dass es in Lateinamerika das Bon Vivir gibt, in Afrika das Ubuntu, dass das Cross-National Happiness in Bhutan erfunden wurde und das Gemeinwohl von Aristoteles bereits vom Kapitalismus unterschieden wurde. Also diese Unterscheidung, Aristoteles hat gesagt, Ökonomie, das altgriechische Wort eukos nomos, ist dadurch definiert, dass wir Geld und Kapital als Mittel verwenden, nur als Mittel, um dem Zweck des Wirtschaftens nämlich ein gutes Leben für alle zu verwenden. Und wenn aber... Ich vergesse die Frage nicht, aber hier drüben kommt ein gewisser Widerspruch. Also nicht gegen den Kapitalismus, sondern die Unterscheidung zwischen Haushaltswirtschaft, Ökonomie, also Ökonomie-Kä und Finanzwirtschaft, Krämonistikä. Also das, was sozusagen das Geld selber verdienen, des Geldes als Ziel. Damit hat er eigentlich damals nicht Kapitalismus gemeint. Das meinte ich nur. Also er hat überhaupt sozusagen das, was wir Finanzwirtschaft nennen würden, gemeint. Krämonistikä, die Kunst des Geldvermehrens und sich bereicherns. Marx hätte gesagt, aus Geld mehr Geld machen. Kapitalismus, wir müssen es definieren. Jeder Ismus ist ein gefährliches Wort und das, was vor dem Ismus steht, ist der höchste Wert in dieser Ordnung. Und im Kapitalismus ist einfach das Kapital der höchste Wert und seine Vermehrung das oberste Ziel. Von daher verstehe ich Aristoteles, der übrigens den... Kapitalismus. Ja, der hat Kapitalismus. Aber jetzt mal ganz konkret. Das willst du abschaffen? Ich möchte als zunächst daran erinnern, dass eigentlich immer und überall die Wirtschaft dem Gemeinwohl gedient hat und dass wir in den letzten Jahrhunderten sozusagen jetzt in diesem kurzfristigen Wimpernaufschlag des zeitgenössischen Kapitalismus, der uns aber so als schicksalhaft, naturgesetzlich und unabänderlich entgegentritt und erscheint, dass wir vergessen haben, dass es in das immer anders war. Und der Vorschlag ist, dass wir wieder zurückkehren, nämlich zur Grundphilosophie, allerdings mit einer innovativen Instrumenten, mit einer Gemeinwohlbilanz, mit einer Gemeinwohlprüfung, mit einem Gemeinwohlprodukt, dann können wir endlich das erfüllen in einer modernen, arbeitsteiligen, hochinnovativen Ökonomie, das, was das Ziel sein soll, nämlich das gute Leben für alle, das Gemeinwohl, das dann endlich auch gemessen werden kann und dass alle wirtschaftlichen Anstrengungen und auch die unternehmerische Kreativität und Innovationskraft auf dieses Ziel ausgerichtet werden kann, anstatt, was ja hinter der Digitalisierung steckt, hinter der Digitalisierung steckt ja nicht der Wunsch von Unternehmen oder kreativen Köpfen oder dem Silicon Valley, dass es uns besser geht, dass wir besser leben, sondern dass das Auftraggebende Unternehmen einen höheren Profit macht und genau das würde umgekehrt. Genau und jetzt nochmal die Frage? Wie Unternehmen das machen können? Nein, wie man sozusagen das regulieren kann, also das Kapital wird auch nicht aus lauter Freundschaft zum Gemeinwohl sagen, ach, ich ändere mich jetzt mal, sondern das Kapital hat zum Glück keine Stimme. Sondern es muss doch ein Regularium geben, um das zu ändern. In Deutschland gibt es vier Millionen Unternehmen und die allerwenigsten würden sich jetzt hinter dieser Stimme des Kapitals versammeln und die allermeisten Unternehmen verstehen sich heute schon anders gepolt, auf ein anderes Ziel ausgerichtet. Alle Kapitalgesellschaften müssen aber heute gesetzlich verpflichtet eine Finanzbilanz legen, das ist keine freiwillige Aktion und das Ergebnis der Finanzbilanz entscheidet über Überleben oder Nicht-Weiterleben eines Unternehmens. Und genau analog schlagen wir vor, dass alle Unternehmen, nicht nur die Großen, auch die Kleineren, eine Gemeinwohlbilanz gesetzlich verpflichtet erstellen müssen und das Ergebnis entscheidet darüber, wie das Unternehmen behandelt wird, ob es höhere oder niedrige Steuern zahlt, ob es Vorrang oder Nachrang im öffentlichen Einkauf erhält, ob es günstigere oder gar keine Finanzierung bekommt. Atomkraftwerke, Waffenhersteller, Monsanto und systemrelevante Banken würden überhaupt keinen Kredit mehr bekommen und im internationalen Handel würden sie höhere Zölle zahlen. Das wäre... Und vielleicht ein letzter Satz. Ja, gerne. Diese Initiative, also in diesem, jetzt habe ich kurz von der Gemeinwohlökonomie gesprochen, das ist eine Initiative, die von Unternehmen ausgegangen ist. Also das ist nicht etwas, was Philosophen oder Studentinnen oder Gutmenschen oder die Zivilgesellschaft in irgendwelchen Yoga-Retreats ausgeheckt hat, sondern, und ich gehe hier sehr gerne in Yoga-Retreats und bin dort, aber diese Initiative ist von Unternehmen mit ausgegangen, weil die es nicht ertragen, dass sie permanent gleich gesetzt werden mit der Deutschen Bank, mit Monsanto oder mit anderen Unternehmen, die krematistisch ticken anstatt ökonomisch. Ich habe das Gefühl, du willst heute Abend gern noch den Yoga-Kurs machen mit allen zusammen. Jörg, ist das eine Idee, die du A verstehst und die dir irgendwie eine Vision gibt? Auf jeden Fall. Ich habe ja 2014 eigentlich das erste Mal Berührung gehabt mit der Gemeinwohlökonomie. Ich habe das Buch von Christian Felber gelesen. Meine Frau hatte in Österreich an der Universität einen Vortrag über dieses Netzwerk Gemeinwohlökonomie gehört und mir davon berichtet. Und ich komme ja aus der Wendezeit, aus einer sehr politisch, sagen wir, aktiven Zeit, wo ich selber auch geglaubt hatte, wir können hier in der DDR inspiriert von Glasnuss und Perestroika einen besseren Sozialismus bauen. Das war damals mein Antrieb, sagen wir, in der Zeit 88, 89 zumindest. Dann kam es gesellschaftsevolutionär zum Rückschritt, könnte man fast heute sagen. Und danach hatte ich mich ein bisschen arrangiert in der Gesellschaft. Ich habe auch dieses Wirtschaftssystem und die Demokratie, so wie ich sie erlebe und viele andere auch, mehr oder weniger empfunden als sehr mühevoll, als eine Geschichte, wo ich als Einzelner eigentlich gar nichts groß bewegen kann, außer mich vielleicht jetzt um meinen Arbeitsplatz zu kümmern oder um meinen unternehmerischen Erfolg. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens so eine Kurve durchlebt. Man kommt als Kind auf diese Erde, ist, sagen wir mal, noch ganz frei, ganz aufnahmefähig, unglaublich kreativ, wissbegierig. Dann erfährt man so ein Stück weit auch Konditionierung. Die Neurobiologen sprechen immer von diesen Datenautobahnen, die dann angelegt werden und die ein Stück weit dann solche Muster produzieren und Glaubenssätze wie ich kann ja auch nicht dafür und muss ja gehen. Und irgendwann im Leben kommt jeder an den Punkt oder fast jeder, wo so ein Paradigmenwechsel stattfindet. Bei vielen, glaube ich, passiert das durch gesundheitliche Einschnitte, wo es ein ziemlichen Hammer gibt und wo plötzlich Guido Westerwelle kann ich mich entsinnen. Ich war völlig überrascht und wirklich tief berührt, als ich diesen Mann dann im Fernsehen erlebt habe nach seiner Krankheit. Jörg, frag noch mal. Ist das einleuchtend? Warte mal, Peter, ich muss noch kurz zu Ende führen. Und bei manchen vielleicht erfolgt dann dieser Entwicklungsprozess erst im Sterbeprozess. Und ich hatte also das Glück mit der Gemeinwohlökonomie in Berührung zu kommen, habe das Buch gelesen und plötzlich hatte ich ein Gefühl, hier ist ein Netzwerk da, hier sind gesellschaftliche Visionen da, die ich verstehe, die mir zeigen, ich kann ein Stück weit etwas tun dafür, dass sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Und wenn ich von den Grundbedürfnissen ausgehe, die Menschen haben, die ich auch voll unterschreiben würde, das ist das Grundbedürfnis, ich möchte mein Potenzial, meine Flamme, mein Feuer, meine Kreativität in diese Welt tragen. Das erste Grundbedürfnis. Ich möchte dafür Resonanz bekommen und ich möchte Liebe geben und Liebe empfangen. Das war's aus meiner Sicht. Das sind die Grundbedürfnisse von Menschen. Und unser Wirtschaftssystem ist entkoppelt davon, komplett entkoppelt. Und die Gemeinwohlökonomie, was mir an diesem Denkprozess, an diesem offenen Modell so gut gefällt ist, es unterscheidet nicht zwischen richtig und falsch, sondern es ist ein offener Diskurs und es ist ein integraler Prozess. Das heißt, wir werden nicht dazu aufgerufen, in den Waffenschrank zu gehen und die Kalaschnikow zu holen und oder heute Nacht gemeinsam das Rathaus zu besetzen und alles umzustürzen, sondern die Gemeinwohlökonomie möchte in einem integralen Ansatz in der bestehenden Demokratie, in unseren politischen Systemen sich mehr Gehör verschaffen, mehr Menschen begeistern, mehr diskutieren darüber, neue Lösungen entwickeln und insgesamt einen Beitrag leisten, dass sich das Wirtschaftsmodell dahin entwickelt, dass es wirklich dem Menschen dient und nicht den Finanzmärkten. Und das finde ich toll. Wir haben da so einen Titel Botschafter der Gemeinwohlökonomie. Ich fürchte, den muss ich dir heute Abend anbieten. Botschafter. Richard, ich frage dich gleich, aber ich will vorher noch mal kurz zu Christian kommen. Und zwar, du warst vor kurzem in Sevilla und hast sozusagen in Sevilla auch die Kommune quasi überredet oder mit ihnen diskutiert, dass sie eine Gemeinwohlökonomie vollziehen oder eine Gemeinwohlkommune wären. Interessant wäre ja, ob du demnächst nach Dresden kommst und das auch mal probierst, aber bleiben wir bei Spanien. A, wie ist es dazu gekommen und B, was hat das für Folgen? Also ich kann da gut an Jörg anknüpfen. Gemeinwohlökonomie transformiert bestehende Akteure in dieser Gegenwartsgesellschaft. Wir arbeiten mit Unternehmen, auch mit Banken und Börsen. Allerdings sind das dann keine kapitalistischen, sondern Gemeinwohlbanken und Gemeinwohlbörsen, die nicht gewinnorientiert sind. Sie können privat sein, aber sie dienen einem anderen Zweck, den sie auch messen. Vielleicht das Allereinfachste, ich bin kein Ökonom, aber der größte blinde Fleck der Mainstream-ökonomischen Wissenschaft und das ist eigentlich eine krematistische Wissenschaft, dass Ökonomen heute eine Investition, wenn wir Geld in die Zukunft hineingießen, dann als erfolgreich betrachten, wenn sie eine Finanzrendite erwirtschaftet. Und wenn die Finanzrendite zweistellig ist, dann hüpfen sie vor Freude in die Luft. Aber sagt uns eine zweistellige Finanzrendite einer Investition irgendetwas Verlässliches über die Auswirkung dieser Investition auf die Umwelt, auf das Weltklima, auf den sozialen Zusammenhalt, auf die Verteilungsgerechtigkeit, auf die Menschenbürde, auf das Geschlechterverhältnis oder auf die Demokratie aus, gar nichts, überhaupt nichts. Und die Gemeinwohlökonomie hat deshalb gesagt, wichtiger ist die ethische Kreditprüfung, die Gemeinwohlprüfung und das ist der Kern einer Gemeinwohlbank und eine Gemeinwohlbörse, die gibt Eigenkapital aus der Region in Unternehmen an der Region, aber weder werden diese Unternehmen gehandelt wie Teppiche, es gibt keinen Kurs, sondern man kann in diese Unternehmen investieren und man erhält keine Finanzrendite, weil das, worum es in der Wirtschaft geht, ist Sinn, sind Werte und sind Nutzwerte, nämlich, dass ich ein gesundes Essen aus biologischer Landwirtschaft aus der Region bekomme oder dass meine Angehörigen betreut werden oder irgendetwas, was mich von den Weltkonzernen unabhängig macht, vielleicht sogar alternative Technologien und das bieten wir Unternehmen an, Banken, Börsen, Gemeinden, wir haben demokratische Beteiligungsprozesse, wie Gemeinden wieder mit den Bürgerinnen ihre Eutopien und Visionen ausarbeiten können, es sind mehrere hundert Universitäten, sind dabei, die Ideen und auch die Prototypen in die Lehre, in die Forschung und in die eigene Anwendung zu übernehmen und das ist auch Politik der Anziehung und deshalb kommen die Kommunen auf uns zu und fragen, kann ich da mitmachen. Was bedeutet das konkret für Sevilla? Was machen die anders als bisher? Ich würde lieber Valencia zitieren als Sevilla. Sevilla hat einen fünfseitigen Vertrag mit dem andalusischen Förderverein der Gemeinwohlökonomie unterschrieben und hat gesagt, wir wollen die privaten Unternehmen in Sevilla einladen, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen und wenn die Ergebnisse gut sind, werden wir es im öffentlichen Einkauf und Auftrag bevorzugen. Wir wollen bei den öffentlichen Kommunalbetrieben von Sevilla selbst eine Gemeinwohlbilanz erstellen, wir wollen in Beteiligungsprozessen mit den Bürgerinnen, die von der Universität Sevilla organisiert werden, ein Gemeinwohlprodukt für Andalusien entwickeln. Was ist ein Gemeinwohlprodukt? Da sagen die Menschen, was sind die für uns 20 wichtigsten Zutaten für ein gutes Leben nach unseren Vorstellungen und Werten? Und das würde das Bruttoinlandsprodukt ablösen, weil das Bruttoinlandsprodukt kann wachsen, wenn wir Waffen exportieren, Krieg beginnen, das Klima aufheizen oder unseren Planeten zerstören. Das Gemeinwohlprodukt kann nur dann wachsen, wenn es uns besser geht, weil wir genau die Prioritäten und Werte hinein definiert haben, die uns am wichtigen. Wer sind wir? Das ist der demokratische Souverän und das kann Sevilla machen und dann, und das ist jetzt das Höchste aus meiner Sicht, da schlägt mein Herz am hellsten, bei der souveränen Demokratie würden dann Bürgerinnen und Beteiligungsprozesse organisiert werden, in denen die Menschen in Sevilla über die Wirtschaftsordnung, über die Geld- und Finanzordnung in der EU und über die internationale Handelsordnung, Stichwort eine Alternative zu Zwangshandel und Protektionismus, würden sie selbst entwickeln können. Natürlich hätte das dort keine Gültigkeit, weil das ist ja nicht in der politischen Kompetenz der Kommune, aber die Idee ist ja, dass das in vielen Hunderten oder Tausenden von Kommunen in der ganzen EU entsteht und das ist das Letzte, was in dem Vertragsdrehen entsteht, wir würden gerne ein EU-weites Netzwerk von Gemeinwohlgemeinden schaffen und uns darin eingliedern und aus diesen lokalen Konventen könnte dann ein, ich weiß, das wird nicht so gern gehört und gesehen, weil da geht es tatsächlich jetzt an die Reform der Demokratie in einer Tiefe, wie das die bisher bekannte Demokratie teilweise ablösen würde, nämlich wenn der demokratische souverän, möchte ich auch noch etymologisch erklären, ich habe dann Sprachwissenschaften studiert, nachdem ich die ökonomische Wissenschaft nicht so angetörnt hatte, souverän kommt aus dem Lateinischen und bedeutet überall im Stehend und wer ist die souveräne Instanz in einer Demokratie? Genau, also wir sind das Volk, das war glaube ich ein Slogan hier und wir wissen das, aber wer von euch hat das schon einmal gefühlt? Wer hat das schon einmal gefühlt? Okay, in einzelnen Sternstunden haben wir das gefühlt, aber dieses Gefühl sollten wir ganz selbstverständlich haben, wenn es an die Grundsatzfragen der Wirtschaftsordnung, an die Grundsatzfragen der Geld- und Finanzordnung, an die Grundsatzfragen der Handelsordnung geht und dann macht das Parlament seinen Job, nämlich es führt im Detail das aus, was wir ihm als Leitlinie vorgeben in der Verfassung. Das wäre die Vision einer souveränen Demokratie und auch dazu hat sich Sevilla bekannt und vielleicht noch ganz kurz Valencia. Nee, ist nicht mehr nötig. Das reicht jetzt, das haben wir verstanden. Okay. Richard, es ist ja, du hast ja von der Gemeinwohlökonomie dich noch nicht so sehr damit beschäftigt, du warst ja auch ein Stück weit daran interessiert, was der Christian heute Abend erzählt. ist das A überzeugend, die Idee für dich und B widerspricht es sozusagen dem, was du ja relativ intensiv verbreitest und zwar die Befürwortung des bedingungslosen Grundeinkommens. Widerspricht sich das? Nö, also ich glaube nicht, dass sich das widerspricht. Es ist ja völlig klar, dass alles, was Christian da gerade vorgestellt hat, wünschenswerte Ziele sind und wie deine Bilanz ja zeigt, gibt es auch ein hohes Interesse daran, wenn ganze spanische Großstädte diesen Gedanken aufgreifen, wenn zahlreiche Unternehmen den aufgreifen und so weiter, das sehe ich alles positiv. Da gibt es auch gar nichts dran zu kritisieren. Was ich nicht einschätzen kann, ist, welche Bedeutung quasi dieser ethische Impuls für die Gestaltung der Zukunft spielen kann. Ich würde mir natürlich einen großen wünschen, aber da habe ich zwei Herzen in meiner Brust, auch ein skeptisches Herz, das sich sagt, wenn ich gucke, wann ist es zu ethischem Fortschritt gekommen oder zu großen Umwälzungen, ist das jemals sozusagen durch das Weben eines Flickenteppichs und die allmähliche Überzeugungsarbeit jemals passiert. Und da wäre ich sehr vorsichtig. Also ich glaube, bis zur Gleichberechtigung der Frau und zur Abschaffung der Sklaverei gab es immer handfressende ökonomische Gründe, warum sich was durchgesetzt hat, was mit Ethik leider relativ wenig zu tun hatte. Also die Ideen, die Vorstellung von Gleichheit und Freiheit aller Menschen, die gibt es vereinzelt schon im antiken Griechenland. Also die Agoras wollte die Gleichberechtigung der Frau und so weiter, alles diese Gedanken gab es. Aber stellen Sie sich mal vor, den Gedanken der Gleichberechtigung der Frau in einer Gesellschaft, die fast nur von Frauenarbeit abhing, die war genauso wenig überzeugend, wie wenn Sie damit in Kuwait heute argumentieren. Das heißt, also solange ökonomisch nichts da war, konnten all diese Ideen nicht umgesetzt werden. Und sie setzten sich erst durch in der bürgerlichen Zeit im 17. und 18. Jahrhundert als Gleichheit und Freiheit zum Kampfbegriff wurde für im Grunde genommen den Sieg der Kaufmannskaste gegen die Könige und gegen die Fürsten. Also erst einmal nur als Kampfbegriff, ähnlich wie der Begriff der Vernunft oder der Natur, nichts anderes sind als Kampfbegriffe in der Aufklärung. Kein Philosoph weiß heute, was Vernunft sein soll oder was Natur sein soll. Und die ganze Funktion bestand einzig und allein darin, dem Gottes Gnadentum auf der einen Seite was entgegenzusetzen und die Privilegien in Zweifel zu ziehen. Und das ist eben wieder meine Frage, wo muss man in der heutigen Situation den Hebel ansetzen? Und jetzt müssen wir uns ja alles das, was Christian da gerade erzählt hat, unter der Vorstellung einer revolutionären Zeit machen. Das ist natürlich schon mal günstig. Ja, also man kann natürlich nur dann eine Revolution machen, wenn das Bestehende aufhört an sich selbst zu glauben. Und das ist eine gute Voraussetzung, da ist der Nährboden gut. Also ich halte im Jahr 70, 80 Vorträge vor der Wirtschaft und ich merke selber, wie der CEO beim zweiten oder dritten Glas Wein, nachdem er von dem Segen der Digitalisierung vorher erzählt hat, sagt, ich bin froh, dass ich in fünf Jahren damit nichts mehr zu tun habe. Also das ist ein ganz großer Unterschied. Die Festigkeit, mit der noch in den 80er Jahren, in der ich politisch sozialisiert wurde, die sozusagen die Anwälte des bestehenden Systems völlig davon überzeugt waren, dass das, was sie taten, gut und richtig ist, begegnen heute überall in den Führungsetagen und so weiter Leute, die auch das Gefühl haben, das kann mit der Finanzwirtschaft natürlich nicht so weitergehen und klar Basel 3 und was wir da an Verabredungen gemacht haben, hat das Finanzsystem nicht verändert und der nächste Crash kommt sicher und so weiter. Das wissen diese Leute selber alles. Sie finden also jetzt nicht mehr Menschen, die ideologisch vom Gegenwärtigen überzeugt sind oder auch sehr, sehr wenige, ein paar Journalisten, aber im Grunde genommen wirklich sehr, sehr wenige Leute, die ideologisch davon überzeugt sind. Das ist eine ganz merkwürdige Situation und das ist vielleicht das, was diesen Vergleich mit der DDR in den 80er Jahren rechtfertigt zu sagen, da waren eben ideologisch auch nur noch relativ wenige Leute überzeugt, aber viele haben irgendwie mitgemacht, weil die dachten, ist halt so. Und das ist sozusagen die Möglichkeit, dass man tatsächlich was in Bewegung setzen kann, aber interessant wird natürlich sein, ich komme nochmal auf das Arbeitslosigkeitsthema zurück. Wir haben heute unter anderem durch Fälschung der Statistiken, wir haben neue Berechnungssysteme seit der Schröder-Zeit und so weiter, eine vergleichsweise geringe Arbeitslosigkeit. Das hat auch mit Demografie zu tun. Das hat nicht nur mit Demografie zu tun, sondern auch, dass wir alle Leute, die aus bestimmten Gründen nicht mehr einfach in den Arbeitsmarkt zurück können und deswegen nicht mehr als arbeitssuchend eingestuft werden, also Leute, die Krankheiten haben oder Leute, die ein bestimmtes Alter überschritten haben oder seit Jahren arbeitslos sind, nicht mehr in der Statistik sind. Das muss man wissen, also das wurde mal Ende der 90er verändert. Aber es ist egal, die Arbeitslosigkeit ist immer noch relativ niedrig. Wenn das sich verändert, leben wir in einem anderen Land. Also wenn die großen Arbeitslosigkeiten anfangen, bei Versicherungen, bei Banken, wer braucht noch denjenigen, der bei der Sparkasse hinter dem Schalter steht, auf der anderen Seite eines Flachbildschirms und eine Beratung macht, die nichts enthält, was der auf der anderen Seite, der auf die Rückseite des Flachbildschirms guckt, ich auch machen kann. Deine Mutter. Ja, genau. Wenn ich tatsächlich in eine Bankfiliale gehe, dann sehe ich Leute mit Migrationshintergrund, die kein Deutsch können und die Online-Dienste nicht wahrnehmen können und ich sehe Leute über 70. Aber im Prinzip ist das etwas, was ausstirbt und dann gibt es irgendwann nur noch zu mindestens 90 Prozent Online-Banking. Müssen wir überlegen, wie Sparkasse, wie viel zigtausend Leute da noch hinter Schaltern stehen, die keiner mehr braucht. Das gleiche gilt genauso für Versicherungen und so weiter. Das gilt für Justiziare. Es gibt also wunderbare Computer, die IBM entwickelt hat, Watson, ein ganzes System, sie haben eine juristische Anfrage, sie sprechen das da rein und dann wird die Expertise ausgedruckt. Klar, Entscheidungsrichter werden sie noch haben, aber sie können auch in der juristischen Welt ungefähr die Hälfte, können sie quasi, brauchen sie keine Menschen mehr für. Ich könnte das jetzt Stück für Stück, Branche für Branche durchgehen. Natürlich werden ein paar neue Jobs entstehen. Klar, das ist richtig. Aber der ganze Sinn der Digitalisierung besteht nicht darin, dass die entstehen. Ja, sondern dass wir das, was wir jetzt haben, so effizient wie möglich machen, weil ein einmal angeschaffter Computer, der nimmt keinen Urlaub und der gibt kein Mutterschaftsgeld und so was alles, der wird langfristig so günstig, dass wir das überall machen werden, wo es irgend geht. Genau, das ist richtig und das scheint auch so zu stimmen. Es ist aber erstens kein demokratischer Prozess, sondern es passiert durch technischen Fortschritt und zweitens, um nochmal auf das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen zu kommen, du sagst also, deshalb muss das eingeführt werden. Das ist, glaube ich, der letzte Moment, der letzte Punkt, den ich jetzt vor der Pause diskutieren Genau, jetzt müssen wir über Arbeit reden. Weil Christian hatte bei dem, was er vorhin gesagt hat, damit mal begonnen. Arbeiten liegt in der Natur des Menschen. Für Geld zu arbeiten nicht. Das sind zwei ganz, ganz verschiedene Dinge. Wenn ich meinen Garten umgrabe und pflanze und so weiter, ist das Arbeit. So, die möchte ich auch nicht bezahlt kriegen. Ich mag diese Initiative nicht, die sagen, alles was Arbeit ist, muss entlohnt werden. Es ist genau der Schritt in die falsche Richtung. Also die Frau, die zu Hause die Kinder erzieht, die muss jetzt auch noch irgendwie, das muss als Arbeit anerkannt werden. Falsch. Wir müssen aus dem Gedanken raus, nur die ganze Zeit immer zu bemessen, dass nur jene Arbeit wertvoll ist, für die man einen 9-to-5-Job oder sowas macht, in ein Büro geht und am Ende Geld kriegt. Weil in Zukunft für ganz, ganz viele Menschen diese Arbeit nicht mehr da ist. Also müssen wir diesen Zustand nicht für Lohn zu arbeiten, enorm aufwerten. Um des Selbstbewusstseins all der Menschen willen, für die diese Arbeit definitiv nicht da ist und die nicht gebraucht werden. Und das ist der Grund, warum ich für dieses Grundeinkommen bin. Das heißt also, wenn wir ein Grundeinkommen haben, haben wir abgesehen davon auch noch eine Grundsicherung dagegen. In der digitalen Zukunft gibt es keine Flächentarifverträge, gibt es keine Gewerkschaften. Alles das sind Instrumentarien des 19. Jahrhunderts, die dort überhaupt nicht mehr greifen können. Aber mit einem Grundeinkommen können wir immer noch dafür sorgen, dass kein Mensch seine Arbeitskraft unter eine bestimmte finanzielle Grenze hinweg auktionieren muss. Aber es ist eine Grundsicherung, die wir damit abschaffen, auch psychologisch. Ja, Grundeinkommen heißt aber in deinem Sinne auch, die Arbeitslosenversicherung abzuschaffen, die Rentenversicherung abzuschaffen, sondern es gibt für alle 1.000, hast du mal Vorstellung, 1.500 Euro, für alle, für den Milliardär genauso wie für den Arbeitslosen. Ja, das ist so ein Argument, ich habe das letztens noch mal bei YouTube von Gysi gehört, der sagt, wie ungerecht ist das denn? Ja, der Milliardär kriegt das auch noch. Mein Gott, wie viele Milliardäre gibt es denn? Also was hat Gysi für Sorgen? Ja, das ist doch absurd, sich darüber überhaupt einen Kopf zu machen. Also mit was für Peanuts der alten Arbeitsgesellschaft wird dieses Modell bekämpft oder das gleiche? Sozusagen zweiter Argument auch von Gysi, Gregor Gysi, der gesagt hat, na ich will, dass der, der sich anstrengt, aber mehr hat, als der, der sich nicht anstrengt. Wenn wir in Zukunft all die Jobs gar nicht mehr haben, für die es sich noch lohnt zu anstrengen. Das ist vollkommen retro argumentiert. Ich sage das noch mal, mir geht es, geht auch nicht um Schelte wie Gysi, aber in dem Punkt Steinzeit gedanklich woanders stehen geblieben. Wir kommen in eine andere Situation. Wir kommen in das Ende der klassischen Arbeits- und Leistungsgesellschaft. Natürlich ist das Grundeinkommen unter den Vorzeichen der alten Arbeitsgesellschaft ungerecht. Da hat jemand 40 Jahre lang gearbeitet und dann kriegt er eine Rente, die genau dem Grundeinkommen entspricht. Und jemand hat sein Leben lang nicht gearbeitet und der kriegt genau das Gleiche. Da sagt sich doch derjenige, das ist ungerecht. Das stimmt. Das ist ungerecht, aber das ist völlig egal. Wir können uns nicht leisten, dass Millionen und Abermillionen von Menschen sich als der letzte Dreck fühlen müssen, weil für sie keine Arbeit mehr da ist. Wir können es uns nicht leisten, dass der Binnenmarkt kaputt geht. Wir können auf die Befindlichkeit einzelner Menschen, die es unter dem Gesichtspunkt der alten Arbeitsgesellschaft aus ihrer Perspektive zu Recht ungerecht finden. Keine Rücksicht nehmen. Ich meine, was bedeutet das denn für den Binnenmarkt, wenn jetzt, nehmen wir mal in 10 und 15, 20 Jahren, wir ein Millionen her von Arbeitslosen haben, wie wir es noch nie gehabt haben. Was bedeutet das für die Kaufkraft? Was bedeutet das für die Geschäfte in Dresden und so weiter? Also ich könnte auch lauter ökonomische Gründe dafür geben, warum dieses Grundeinkommen kommt. Und jetzt wird es wichtig. Es gibt zwei Modelle von Grundeinkommen. Ich höre dazu. Es gibt diese sozusagen humanistisch, etwas anthroposophisch-esoterische Idee des Grundeinkommens. Ja, da kommt das mal her. Das ist einfach dieser Gedanke, wenn der Mensch nichts zu tun hat, wird er kreativ. So. Und da würde ich sagen, das ist eine sehr, sehr voraussetzungsvolle Annahme, weil den Menschen gibt es nicht. Ja, wer Menschheit sagt, der lügt. Jeder Mensch ist anders. Und je nachdem, wie ich sozialisiert werde, werde ich zweifelsfall destruktiv, wenn ich keine Arbeit mehr habe. Ja, und das werden nicht wenige sein. Oder depressiv. Oder depressiv. Ja, oder aggressiv. Ja, aber nicht irgendwie zwangsläufig kreativ. Einige Leute werden Kreativität, aber das ist eine Frage des Umfeldes und der Bildung und der Erziehung und so weiter. Das ist nicht mein Ansatzpunkt. Jetzt gibt es noch die andere, die sind auch nicht mein Arbeitspunkt. Ja, das ist Joe Käser von Siemens, das ist Höttges von der Telekom. Ja, das ist sozusagen das Böse in Person. Peter Thiel, der Großinvestor, der hinter Facebook steht und hinter PayPal und so weiter. Ja, erzreaktionärer Republikaner, ist für das bedingungslose Grundeinkommen. Warum? Weil sich das Silicon Valley sagt, die Daten eines Armen sind wertlos. Ja, es macht doch keinen Sinn, Ihnen alle Werbung auf Ihren Bildschirmen zu machen, Ihre Daten zu verkaufen und so weiter, wenn Sie Produkte nicht kaufen können. So, und die sind auch für das bedingungslose Grundeinkommen. Das heißt also, ein humanistisch- anthroposophisches Menschenbild trifft auf das zynisch-kapitalistischste Menschenbild, das Sie sich vorstellen können und beide wollen das Grundeinkommen. Und das macht die Situation über dieses Thema so vermint. Ja, dass man entweder als Zyniker dasteht oder als Träumer. Und was ich versucht habe mit meinen Argumenten, ist eine Brücke darüber zu schlagen und zu sagen, das ist sowohl für die Würde des Einzelnen wie für die Ökonomie erforderlich ist, dass wir das machen. Und spätestens dann, wenn wir fünf, sechs Millionen Arbeitslose haben, wird das in Kürze eingeführt. Und ich hoffe, dass Angela Merkel lange an der Regierung bleibt, weil sowas kann immer nur die CDU machen. Die Linken können das nie. Gut, herzlichen Dank. Bedingungsloses Grundeinkommen. Da ist nochmal die allererste Frage direkt an dich, Richard. Was heißt bedingungslos? Und die zweite Frage, die hier gestellt wurde, ist, warum verknüpfst du eigentlich die Digitalisierung mit dem Grundeinkommen? Könnte man nicht Grundeinkommen auch einführen, wenn es nur noch Dampfmaschinen gäbe? Also was bedingungslos heißt, ist ziemlich klar. Es heißt bedingungslos. Es heißt für jeden. Und das zweite ist, die Frage stellt sich mir nicht, weil ich ja nicht in der Zeit der Erfindung der Dampfmaschinen lebe. Moment, Moment, Moment. Es heißt für jeden, aber man muss sozusagen auch nicht irgendwo hingehen. Nein, nein, nein. Dann musst du nicht den Park sauber machen und solche Sachen und so. Nein, ich muss mich auch nicht vom Staat nackt ausziehen und erklären meine... Nein, gar nichts. Gar nichts. Das ist was, was mir sozusagen grundmäßig zusteht. Ich meine, brauchen wir uns ja nichts zu erzählen. Ich meine, das Geld dafür ist ja da. Ja, darüber müssen wir nicht lange diskutieren. Ich meine, wir leben in dem reichsten Deutschland, das es je gab. Ja, und auch das, was deutsche Privatvermögen um den Erdball kreisen lassen, an fiktivem Kapital und was alles nicht als Investitionsgrundlage zurück in den Kreislauf geführt wird, weil es natürlich, wenn sie Milliardär sind, können sie viel reicher und noch mehr Milliardär werden, indem sie mit dem Geld an Börsen zocken. Als dass sie irgendwas konkret in der heimischen Wirtschaft in Dresden oder was weiß ich was damit machen. Das ist ein Problem, das auch allgemein bekannt ist. Und ich will nur sagen, das Geld ist alles da. Und jetzt die wichtigste Frage... Neun Milliarden gibt es für Sozialleistungen, werden ausgegeben in Deutschland? Das ist bestimmt mehr. Neunhundert Milliarden? Ich weiß es nicht, aber gewaltiger Betrag. Aber ich würde natürlich in Zukunft keine Arbeit mehr besteuern. Ich finde das seltsam, dass man ausgerechnet auf Arbeit Steuern zahlt. Also das ist, finde ich, halte ich nicht für eine gute Idee. Ja, dass also diejenigen, die dann noch Arbeit haben, damit ihren Steuern, das bedingungslose Grundeinkommen für die, die nicht arbeiten, finanzieren sollen, das führt ja sowieso nur zu sozialen Spannungen. Da gab es hier auch eine Frage, wird dann plötzlich die Mehrwertsteuer steigen? Und Gregor Gysi, dein Freund, hat gesagt, die steigt noch 50 Prozent. Ja, die Mehrwertsteuer halte ich auch nicht für den Weisheit letzter Schluss, sondern ich würde jede Form von Finanztransaktionen besteuern. Also ein Prozent auf jeden Geldverkehr. So, das trifft, das trifft diejenigen, die irgendwo mit Milliarden an den Börsen rumhantieren. Das trifft auch Sie, wenn Sie am Geldautomaten 100 Euro ziehen. Moment, das widerspricht deiner These, Bankautomaten wird es ja gar nicht mehr geben. Das macht die Sache ein bisschen kompliziert in der Zukunft. Wobei ich persönlich zu den Verfechter gehöre, die den reinen bargeldlosen Geldverkehr für ein ziemlich großes Problem, was weit unterschätzt wird, halten. Also das ist gar nichts, was ich mir wünsche. Da gibt es tausend Gründe, die dagegen sprechen. Da gehen auch psychologische Gründe. Also mit Geld umgehen können, ist eine ziemlich schwere Kunst. Das können auch nicht viele gut und viele auch ziemlich schlecht. Und wenn Sie in Zukunft das Geld überhaupt nicht mehr sehen. Also wir wissen schon, was die Kreditkarte mit der Überschuldung der Haushalte gemacht hat. In Amerika damals eine Versiebenfachung innerhalb von zehn Jahren, Verschuldung, weil Sie das Geld nicht mehr sehen, was Sie ausgeben. Wenn Sie in Zukunft überhaupt kein Geld mehr in der Hand haben, dann gewinnen Sie überhaupt gar kein sinnliches Verhältnis mehr dazu. Also die immer weitere Virtualisierung des Geldes kann eigentlich im psychologischen Sinne nicht im Interesse sein. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann war ja die Frage noch, ob ich auch dann dafür wäre, wenn nicht die Digitalisierung da ist. Mit so hypothetischen Fragen beschäftige ich mich nicht. Also mich interessiert nicht die Frage, ob man zur Zeit von James Swart, ja, ob man damals hätte ein Grundeinkommen einführen sollen, sondern jetzt trifft doch alles aufeinander. Also ich muss mir gar keine prinzipiellen Gedanken mehr machen, wenn ich weiß, dass wir aus ökonomischen Gründen an die Wand fahren, wenn wir es nicht tun. Jetzt ist ja das Problem dabei, es wird ja eingeführt. Ich zweifle überhaupt nicht daran, dass das eingeführt wird. Nur ob das dann die Lösung der Probleme ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Nach wie vor, es gibt eine zynische Variante davon. Also ich werde alles das, was die Sozialdemokratie in 150 Jahren erkämpft hat, kann ich alles abschaffen. Sie kriegen keinen Elternschutz mehr, ja, und die ganzen, alles das, womit sie betrieblich und so weiter abgesichert werden, kann ich alles wegmachen, weil sie haben ja ein Grundeinkommen. Passiert ihnen ja nichts, können ja gehen. Das ist hier übrigens eine Frage, ob du eigentlich ein Neoliberalist bist. Genau, das ist sozusagen eine lustige Theorie in Bezug auf mich, aber man setzt sich, wenn man fürs Grundeinkommen ist, dieser Kritik aus. Und deswegen nochmal, Grundeinkommen ist nicht Grundeinkommen. Das Grundeinkommen, von dem der Silicon Valley träumt und das Grundeinkommen, von dem die Anthroposophen träumen, ist nicht das Gleiche. Und das Grundeinkommen ist eine Gestaltungsfrage, weil wir jetzt, es ist nicht ein isolierter Teil. Die Probleme sind nicht gelöst, wenn das Grundeinkommen kommen, sondern das Grundeinkommen kommt in einer veränderten Gesellschaft, in der ganz viele Dinge verändert werden müssen. Und das Grundeinkommen ist nicht die Lösung, sondern es ist ein ganz kleiner Baustein innerhalb einer großen gesellschaftlichen Veränderung. Sonst kommt am Ende so ein neoliberaler Quatsch dabei aus. Zur Finanzierungsfrage. Genau, zur Finanzierungsfrage. Und dann vielleicht fand ich ganz interessant, weil Richard ja gesagt hat, also Finanztransaktionen besteuern und gleichzeitig bei der Börse. Und du bist ja wiederum für die Abschaffung der Börse. Da gibt es ja noch andere. Da gibt es einen Widerspruch. Noch ein Satz dazu. Das hängt nicht von der Börse ab. Also der Reiz für mich ist bei der Finanztransaktionssteuer von einem Prozent, dass ein großer Teil aller weltweiten Zocker Angelegenheiten keinen Sinn mehr machen. Also Devisenspekulation zum Beispiel, wo sie 0,4 Prozent gewinnen, maximal oder so machen können. Wenn sie ein Prozent Steuern drauf zahlen, machen sie das nicht mehr. Gilt auch für einen Teil des Zertifikate und Derivatehandels und so weiter. Also sie können das Casino runterfahren. Die Frage, ob ich für oder gegen den Erhalt der Börse sind, stellt sich mir so ähnlich nicht, wie die Frage nach der Dampfmaschine nicht stellt. Dass, wenn ich hingehen würde und das Schließen der Börsen heute fordern würde, egal ob ich es mir wünsche, dann würde ich genau diesen einen Schritt zu spät machen, der dazu führt, dass wenn ich bei Sergio Leona aus dem Fenster gucke. Wir gründen gerade eine Börse, eine Gemeinwohlbörse. Ach, ihr gründet gerade eine Börse? Ja. Und wollt die andere abschaffen? Ja. Und das beginnt damit, dass man den Hochfrequenzhandel besteuert. Also wenn Aktien in einer Sekunde 10.000 Mal gehandelt werden, fällt in einer Sekunde die Steuer 10.000 Mal an. Das ist eine effektive Prohibition. Zur Finanzierung des Grundeinkommens, weil da kursieren tatsächlich, also ja, es ist eine Gestaltungsfrage. Ja, man kann das Grundeinkommen in eine neoliberale Waffe pervertieren. Ja, man kann das Grundeinkommen emanzipatorisch ausgestalten. Und ja, wir brauchen es jetzt, weil jetzt die Marktwirtschaft ihr Versprechen nicht erfüllt hat nach Vollbeschäftigung, dass es allen gut geht und ein Wohlstand für alle. Dieses Versprechen ist jetzt gebrochen, nachdem wir uns für die Marktwirtschaft und gegen die Planwirtschaft entschieden haben. Braucht es jetzt eine Lösung, dass die Marktwirtschaft wieder wasserdicht wird. Das ist zum einen längerfristig die Gemeinwohlökonomie, aber jetzt, wo täglich die Würde von so vielen Menschen verletzt wird, die von erbärmlichen und menschenunwürdigen Transferleistungen abhängig sind oder sich die zum Teil gar nicht in Anspruch nehmen trauen oder dann mit denen aus dieser Gesellschaft ausgegrenzt sind, brauchen wir das jetzt. Und das Interessanteste ist, dass die Finanzierung ist überhaupt keine Finanzierungsfrage, sondern eine Verteilungsfrage. Und es ginge mathematisch, ging es aufkommensneutral, indem wir uns die aktuelle Einkommensverteilung anschauen. Das ist ein halbes U. Das heißt, hier verdienen manche Menschen ganz wenig und dann verdienen sehr wenige Menschen extrem viel. Vielleicht können Sie sich erinnern, dass Wendelin Wiedeking in einem Jahr 100 Millionen Euro und 600.000 Euro dazu verdient hat. Das wäre sozusagen an dieser Spitze. Und man könnte die exakt gleiche Einkommensmenge für die deutsche Bevölkerung einfach anders verteilen und dann wäre diese Kurve ein Z. Es würde niemand weniger verdienen als 1000 oder 1500. Es würde dann vielleicht auch niemand mehr verdienen als eine Höchstgrenze, für die wir wiederum einstehen. Zwischen diesem Sockel und dem Deckel gäbe es Ungleichheit, aber die Ungleichheit wäre begrenzt. Und das ist ein großer Segen für jede Gesellschaft. Darüber gibt es wissenschaftlichen Konsens, dass Ungleichheit an sich nicht etwas Schlechtes ist, aber große Ungleichheit ist etwas sehr Schlechtes. Und das war jetzt vielleicht nicht auf Anhieb verständlich. In diesen beiden Kurven, so eine Z-Kurve und so eine U-Kurve, ist genau das gleiche Volkseinkommen, nur es ist anders verteilt. Und vielleicht sage ich es jetzt noch einmal mit anderen Worten, damit es noch ein bisschen verständlicher ist. Man könnte sagen, alle Menschen, die heute weniger verdienen als 1500 Euro, werden mehr verdienen in Zukunft. Dann alle Menschen, die zwischen 1500 Euro und 5000 Euro verdienen, verdienen gleich viel. Und alle Menschen, die über 5000 Euro verdienen, verdienen etwas weniger. Und es ist die exakt gleiche Summe. Das heißt, das Militärsargument ist absurd, weil der bekommt zwar diese 1000 Euro, aber dafür bezahlt er eine höhere Steuer und muss 2000 oder 10.000 Euro wieder zurückgeben. Das heißt, das ist völlig unerheblich, ob er die bekommt oder nicht. Man könnte ihn, wenn er das so wichtig hält, verschonen, dass das auf seiner Steuererklärung nicht aufscheint. Das ließe sich machen. Allerdings dieses Grundeinkommen, was hier gefordert wird und was deshalb so abgelehnt wird, weil es eine Umverteilung von oben nach unten wäre. Genau diesen gleichen Mechanismus haben wir heute in Form des Zinssystems. Die Zinsen zahlen wir auch alle. Wir alle zahlen die Kreditzinsen, der Unternehmer die Kredite aufnehmen über unseren täglichen Einkauf, in den die Unternehmer die Kredite aufnehmen und Kreditzinsen zahlen diese Kreditzinsen hinein verrechnen. Die bezahlen wir alle, alle die Summe der Konsumenten und Konsumenten in unserem täglichen Einkauf. Wir bekommen auch alle Zinsen, nämlich Sparzinsen. Auch wenn die mickrig, null oder fast nix sind. Aber selbst ein Prozent Sparzinsen, wer 100 Millionen am Konto hat, ist das noch ein sehr beträchtliches, bedingungsloses Grund, nämlich leistungsloses Grundeinkommen. Und das ist genau der gleiche Mechanismus, nur umgekehrt. Beim Zinssystem zahlen alle, alle bekommen, aber unterm Strich gibt es 90 Prozent Nettozinsverliererinnen und 10 Prozent Nettozinsgewinnerinnen. Und beim Grundeinkommen wäre es genau umgekehrt. Es würden ungefähr, das genau ist die Gestaltungsfrage zwischen 10 und vielleicht 50 Prozent der Bevölkerung verlieren und mindestens 50 Prozent der Bevölkerung würde gewinnen, weil sie eben sehr geringe oder geringe Einkommen beziehen und die würden etwas mehr werden. Aber das Zinssystem zeigt sehr schön, dass diese Utopie, dass wir von einem Teil der Bevölkerung über einen aus meiner Sicht sinnlosen Mechanismus zu einem anderen und einen ungerechten Mechanismus zu einem anderen Teil der Bevölkerung umverteilen, der funktioniert. Dann gibt es und der funktioniert wunderbar. Und falls wir das nicht allein über die Einkommenssteuer machen wollen und hier jetzt gehen wir mitten in die Gestaltung, hätte ich einen schönen Vorschlag, Deutschland zahlt sinnloserweise Jahr für Jahr zwischen 60 und 70 Milliarden Euro Zinsen auf die Staatsschulden. Völlig sinnlos. Wenn wir über die Vollgeldreform die Staatsschulden halbieren und die andere Hälfte der verbleibenden Staatsschulden als zinsfreie Kredite von der Demokratischen Zentralbank bekommen, ersparen wir uns diese 60 bis 70 Milliarden Euro Zinsendienst, nämlich ein leistungsloses Grundeinkommen an die vermögenden Eliten und könnten die verwenden, um die Kleinst- und Kleineinkommen der Unterschriften aufzufetten. Letzter Satz. Götz Werner hat seine ganz persönliche Vorstellung von einem Grundeinkommen, aber was er gemacht hat, er hat etwas ganz, ganz Verdienstvolles gemacht. Er hat nicht gesagt, 1000 Euro mal 80 Millionen Menschen ist eine horrende astronomische Summe, sondern er hat gesagt, diese Grenze, die wir hier ein, die untere Grenze des Z und die Menschen, die da heute weniger verdienen, das ist ein Delta. Also weniger als 1500 zum Beispiel und das, was Menschen heute real, weniger als 1000. Und dieses Delta interessiert uns. Wie viel ist das in Summe? Und er hat das nicht mit 1500, sondern mit einem geringeren Betrag gemacht und er ist genau auf 70 Milliarden Euro gekommen. Das ist ein absolut überschaubar Betrag und das sind zufällig genau die Summe, die wir derzeit als bedingungsloses und leistungsloses Grundeinkommen an die vermögenden Eliten, die die Eigentümer der Staatsschulden ziehen, umverteilen. Das heißt, es gibt es, es heißt nur nicht so, es ist möglich, nur ist es eine Umverteilung von unten nach oben heute. Und das, was wir hervorschlagen und wofür ich auch in der jetzigen Situation einstehe, ist, dass dieser Verteilungsmanagement umgedreht wird, nämlich von oben nach unten. Herzlichen Dank. Der Jörg hat Fragen. Ich habe hier auch noch eine ganze Menge. Nochmal ganz schnell eine schnelle Antwort. Und zwar, wie berechnet sich das Einkommen? Also es gibt ja sozusagen einmal die Zahl 1000. Du hast vorhin 1500 gesagt. Und da fragt nochmal einer ganz konkret, wie sich das berechnet. Also wie ihr darauf kommt oder wie diejenigen darauf kommen, dass es genau diese 1500 Euro sein sollen. Ach, da mache ich keine Ideologie draus. Also ob das 1000, 1200, 1500 sind, ist auch keine Frage, das ist keine mathematische Frage. Es ist eine Frage, wo man sich überlegt, wie viel muss jemand haben. Das ist ja ein Netto-Betrag, um halbwegs menschenwürdig in unserer heutigen Gesellschaft im Vergleich auch zu anderen und so weiter leben zu können. Und da bin ich nicht dogmatisch und lege da keine konkrete Summe fest. Aber dass es um irgendwas zwischen 1000 und 1500 handelt, darüber kann man sich, glaube ich, ganz gut einigen. Nächste Frage. Glaubst du, dass sobald das eingeführt ist, die Preise so steigen, dass sich das Einkommen sozusagen sofort wieder nivelliert? Ja, also das ist sehr interessant. Es gibt bestimmte Dinge, die werden teuer. Der Friseur. Ja, weil es gibt sehr viele Friseure. Gerade hier in Sachsen zum Beispiel, die krammen keine 1500 netto. Am Ende eines sehr langen, erfolgreichen Tages, wo sie den ganzen Tag Haare geschnitten haben, müde nach Hause gehen und haben die 1500 nicht mehr. Die Folge ist, dass Haare schneiden würde teurer. Das Taxifahren würde teurer. Aber ehrlich gesagt, es gibt in zehn Jahren keine Taxifahrer mehr. Das hängt einfach mit der Veränderung des... Aber Friseure. Friseure gibt es noch und da wird sich was verändern. Ganz viele Dinge, die in Zukunft durch Computer und Roboter gemacht werden, werden unheimlich viel günstiger. Wir sollten uns mal von dem Gespenst verabschieden. Ist bei den Sozialdemokraten sehr verbreitet, dass Arbeit immer genau dasselbe kostet. Das ist natürlich völliger Unsinn. Wenn Sie mal gucken, was hat Fleisch in den 50er Jahren gekostet? Fünfmal so viel wie heute. Was hat eine Handwerkerstunde in 50er Jahren in der Bundesrepublik gekostet? Siebenmal weniger als heute. Also die Preise sind ohnehin im Fluss. Bestimmte Dinge werden günstiger werden und andere Dinge werden teurer werden. Und wenn die Dinge teurer werden, wenn jemand, der den ganzen Tag einen 8- oder 10-Stunden-Tag hat und mit weniger als 1500 nach Hause geht, dass dessen Arbeit dann teurer wird, weil er sagt, dafür arbeite ich nicht mehr, das halte ich für gut. Es hat sich... Es ist ja eine Frage. Es hat sich ein Bündnis Grundeinkommen gegründet, eine Partei, die auch zur Bundestagswahl antritt. Und jetzt steht hier die Frage, würdest du die wählen? Also die haben mir auch schon viele E-Mails geschrieben und ich habe schon einige Vertreter der Partei getroffen, alles sympathisch. Ich frage mich, wieso ausgerechnet eine Partei? Ja, also ich halte Partei überhaupt nicht für eine gute Idee, weil es ja sein kann. Ja, aber die treten bei der Bundestagswahl an. Da muss sich jetzt jemand, der eigentlich eine andere Partei wählen will, nur weil das für das Grundeinkommen ist, entscheiden, diese Partei zu wählen. Das ist genauso idiotisch wie eine Tierschutzpartei. Ich bin ein absoluter Tierschutzfreund, wie die meisten von Ihnen wissen, aber ich würde keine Tierschutzpartei wählen. Also sozusagen ein Spartenprogramm zum Generalprogramm zu machen, ist im Hinblick auf die Wahl nicht sinnvoll, sondern die Frage ist, wie kann man an den vielen Hebeln und Schaltstellen Einfluss darauf gewinnen, dass die anderen Parteien das aufgreifen. Das wäre entscheidender, weil diese Partei wird am Ende dann ein Prozent kriegen, das beeindruckt niemanden. Die Frage ist, kann man den Hebel nicht irgendwo da ansetzen, wo es die Leute, die tatsächlich an der Macht sind, beeindruckt. Und deswegen glaube ich, das ist ein guter Impuls, das ist ein idealistischer Impuls, das sind gute Ideen, das sind die richtigen Leute, aber ob die Idee Partei gut ist, da bin ich nicht so sicher. Ich glaube, da kann ich jetzt die Brücke schlagen, nämlich zwischen einer Idee, von der sehr viele Menschen überzeugt sind, die aber nicht wählbar ist und der Reform der Demokratie, die uns vorschwebt. Die Gemeinwohlökonomie schlägt souveräne Demokratie vor. Das bedeutet, dass die Grundsatzfragen direkt von der souveränen Bevölkerung abgestimmt werden. Wie? Wir schlagen vor, dass es in den kleinsten politischen Einheiten geschehen kann, also in den Kommunen, in den Städten, dass dort die Verfassungsfragen gestellt werden, nicht die kleinen Gesetzesfragen, sondern die großen Grundsatzfragen. Das Beispiel, was ich bisher in 25 Staaten von Schweden bis Chile viele hundertmal durchgespielt habe, ist die Begrenzung der Ungleichheit. Also nicht exakt die gleiche Frage, aber das habe ich 500 Mal gespielt und habe eine extrem klare empirische Evidenz. Und die Debatte davor war genau gleich absurd, nämlich, wenn du gegen die grenzenlose Ungleichheit bist, dann bist du ein Kommunist. Das war die Debatte davor. Nein, sind wir nicht. Wir sind nur gegen exzessive Ungleichheit. Wir sind aber auch nicht für völlige Gleichheit. Was war die Lösung? Die Menschen können verschiedene Vorschläge machen. Nicht einen, sondern verschiedene. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das heißt, es gibt den Vorschlag, es soll keine Ungleichheit geben. Es gibt den Vorschlag, es soll keine Grenze für die Ungleichheit geben, also grenzenlose Ungleichheit. Und dann gibt es fünf Vorschläge in der Mitte. Das Fünffache, das Zehnfache, das Zwanzigfache, das Fünfzigfache und das Hundertfache maximal zwischen den höchsten und den geringsten Einkommen. Und dann werden alle sieben Vorschläge abgestimmt. Nämlich alle, die aus dem Souverän kommen und eine gewisse Mindestunterstützung, eine gewisse Mindestenergie hinter sich versammeln. Wir messen allerdings nicht die Zustimmung, weil dann kommen wieder die Milliardäre und beauftragen eine PR-Agentur und ihr Favorit gewinnt dann wieder. Von den USA über Italien bis in Österreich, wo ein Milliardär eine Partei gekauft hat und einen Parlamentsklub gekauft hat, ohne dass er bei Wahlen angetreten ist. Das war in Österreich schlimmer als in den USA und in Italien. Sondern wir messen den Widerstand gegen alle Vorschläge. Das heißt, systemisch konsensieren, haben nicht wir erfunden, sind zwei Mathematiker an der Universität Graz. Und dahinter steht, dass jeder Vorschlag, das bedingungslose Grundeinkommen nach der Fassung der Neoliberalen, das bedingungslose Grundeinkommen nach der Fassung der Humanisten, der Mindestlohn der Gewerkschaften statt dem bedingungslosen Grundeinkommen und ein völlig freier Arbeitsmarkt total dereguliert nach den Vorstellungen der FDP. Um nur vier mögliche Beispiele zu bringen. Es werden alle vier abgestimmt. Das ist das Schönste in der Demokratie. Und es gewinnt der, der den geringsten Widerstand hervorruft. Wie ist das zu verstehen? Jede gesetzliche Regelung, wie regeln wir das mit der sozialen Sicherheit und dem sozialen Zusammenhalt? Es gibt sieben Vorschläge und jeder Vorschlag tut uns allen zusammen betrachtet als souverän mehr oder weniger weh. Er schränkt unsere Freiheit in einem höheren oder in einem geringeren Maße ein. Und dieses Verfahren erlaubt es uns, denjenigen Vorschlag herauszufinden, der unsere Freiheit so gering wie möglich einschränkt und uns allen zusammen betrachtet, so wenig wie möglich wehtut. Und bei dem Beispiel, das ich jetzt zitiert habe, gewinnt in 90 Prozent der Fälle, gewinnt der Ungleichheitsmaximalfaktor 10. Das heißt, von Schweden bis Chile, einschließlich Großbritannien und die USA, entscheiden sich die Menschen für Ungleichheit, aber eine Begrenzung der Ungleichheit mit dem maximal Zehnfachen der höchsten Einkommen gegenüber dem gesetzlichen Mindestlohn. Zum Vergleich, in Deutschland haben wir derzeit den Faktor 8.800, Wendelin-Wiedeking versus Mindestlohn. Und in den USA haben wir den Faktor 360.000. Obwohl dort auch einmal in Montana hat der Maximalfaktor 3 gewonnen. Und das gleiche Verfahren wenden wir jetzt auf das Grundeinkommen an. Wir haben drei verschiedene Formen, drei verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Es gibt kein Patentrezept. Und dann auch noch drei verschiedene Vorschläge, wie diese Marktwirtschaft inklusiv, so dass niemand hinausfällt werden kann, wie das Höchstmaß und soziale Sicherheit und Zusammenhalt hergestellt werden kann. Weil es gibt andere, die haben andere Vorschläge. Und wir sind intelligent genug, dass wir dann diese sechs Vorschläge, die es gibt, dass wir die Pro und Contras uns durchlesen und dass wir in den demokratischen Konventen dann den Widerstand gegen die sechs messen. Und derjenige Vorschlag, der uns am meisten überzeugt, der wird es dann. Und das können wir dann in einigen Jahren wieder verändern, falls wir drauf kommen, dass wir doch jetzt eine tiefere Einsicht gewonnen haben. Aber im Vergleich dazu, dass wir nur Parteien wählen können, da bin ich auch sehr bei dem vorher Gesagten, ist es eine viel effektivere Form der Demokratie, als nur ein Kreuzchen zu machen. Ergänzung von dir? Ich finde das gut, ich finde das sympathisch, ich würde mich dem anschließen, aber wenn wir das Instrumentarium auf diese Art und Weise, die Menschen zu befragen, zulassen, dann können wir genauso über Migration abstimmen, machen vier Vorschläge und kriegen am Ende ein Ergebnis, was viele vielleicht nicht wollen. Also da muss man natürlich irgendwie gucken, wie handhabt man dieses Instrumentarium mit vier Vorschlägen, die Menschen zu befragen. Das kann in bestimmten Situationen, hoch aufgewiegelten Situationen und so weiter, kann das natürlich auch zu verheerenden Ergebnissen führen. Das ist natürlich ein gewisses Problem dabei. Und da gab es noch ein zweites Problem und das zweite Problem besteht darin, mit dem, was du gesagt hast, was ich gut finde, trifft man leider nicht das Hauptproblem der Vermögensungleichheit. Sondern das Hauptproblem der Vermögensungleichheit ist nicht, dass ein paar Manager sehr, sehr viel Geld verdienen und ein paar Fußballspieler. Sondern das Hauptproblem ist, dass ganz viele Leute unfassbar viel Geld erben. Ja, dass also Menschen ganze Straßenzüge in Hamburg erben und so weiter. Das ist jetzt die große Generation, die meisten erben in Westdeutschland die Hälfte mehr oder weniger irgendein Familienhaus, was sie nicht verkauft kriegen. Gut, dass du Westdeutschland gesagt hast. Ja, aber ganz viele Leute erben unglaubliche Mengen. Und an die kommen wir auf diese Art und Weise ja überhaupt nicht ran, weil das ja gar nicht dieses Einkommen ist, was sie darüber beziehen. Und mir fällt keine einzige Steuer ein, von denen sozusagen, also das ist natürlich ein klassisches Problem der Linken, die dann sagt, da müssen wir ran. Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer. Und beide Steuern, die wir gerechtigkeitstheoretisch gerne für richtig halten können und ich auch tue, sind beide nicht praktikable Steuern. Das macht die Sache so ärgerlich. Warum nicht? Ganz einfach. Wenn ich jetzt Milliarden über Milliarden verfügen würde, ich hätte wunderbare Möglichkeiten dafür zu sorgen. Also ich würde meinen Wohnsitz dann in die USA verlegen, wäre dann nicht mehr in Deutschland und dann würde ich hier nicht mehr mit dir die Steuergesetzgebung fallen. Oder ich würde eine Stiftung in Kolumbien gründen und die hätte dann das ganze Geld. Oder ich würde die Sachen an irgendwelche Leute verschenken, die es dann wieder meinen Kindern weiter verschenken. Ich brauche gar nicht damit anzufangen. Aber unter aktuellen Bedingungen. Da würde nie irgendeine Steuer bezahlt. Und das gleiche gilt für die Vermögenssteuer ganz genau. Das muss man wissen, dass diese beiden Steuern nicht funktionieren, obwohl sie gerechtigkeitstheoretisch richtig sind. Unter aktuellen Bedingungen. Ich gebe dir völlig recht, dass unter aktuellen Bedingungen haben die Regierungen den Vermögenden alle Fluchtwege in die Steuerparadise freigeräumt. Aber das sind politische Entscheidungen. Der freie Kapitalverkehr ist kein Naturgesetz, sondern eine politische Entscheidung. Deshalb würden wir in den demokratischen Konventen die Frage stellen, soll der freie Kapitalverkehr an die vollkommene Kooperation in der Steuerpolitik, nämlich Transparenzmachung aller geflüchteten Vermögen, Kapitalerträge und Gewinneinkommen, geknüpft werden. Und nur wenn diese vollständige Kooperation zwischen den Staaten passiert, erst dann gibt es den freien Kapitalverkehr. Aber Christian, das ist schon ein geflüchtetes Vermögen. Das sind Sachen, die kriegst du nicht fest. Also wenn ich jetzt beschließe, im nächsten Jahr nach Kolumbien auszuwandern, bin ich dann im Hinblick auf eine Erbschaft, die ich hoffentlich erst in 30 oder 40 Jahren machen möchte, an meinen Sohn geflüchtetes Vermögen. Also wie müsste denn da eine Gesetzgebung sein, die das verhindert? Ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Und die Leute in der Politik, die diese Gesetze machen, wenn der politische Wille dahinter wäre, die hätten immer die schlechteren Anwälte als diejenigen, die ihr Kapital in Sicherheit bringen. In Kolumbien ja. Aber das Grundbuch hat sich ja auch durchgesetzt. Das Grundbuch ist irgendjemand gegen das Grundbuch. Niemand ist gegen das Grundbuch. Das Grundbuch erfüllt zwei Zwecke. Es stellt erstens fest, wem was gehört. Das heißt, es schützt das Privateigentum. Zweitens ist es die Grundlage für die Besteuerung des Privateigentums und damit der Sozialpflicht des Eigentums. Und für die Finanzvermögen gilt exakt das Gleiche. Wir machen nicht ein Grundbuch, sondern einen Finanzkataster international, wo sämtliche Aktiva, jedes Wertpapier, jedes Finanzvermögen eingetragen werden muss. Das ist ambitioniert. Ja genau. Und wenn Kolumbien sagt, wir machen da nicht mit, dann gibt es eine Besteuerung des Kapitalverkehrs nach Kolumbien von 10, 20, 30 Prozent. Und innerhalb von fünf Sekunden macht Kolumbien mit. Technisch ist das, glaube ich, kein Problem. Du bist ein kleiner Idealist, würde ich sagen, in dem Fall. Aber das führt zur nächsten Frage. Entschuldige, das passt nämlich direkt dazu. Das heißt also, kann man Grundeinkommen national überhaupt einführen? Kann man natürlich. Aber nach dem, was du jetzt auch sagst mit der Internationalisierung, also eine Frage. Man muss den Kapitalverkehr an die Bedingungen der Finanzmarktregulierung und der Steuerkooperation knüpfen, eins. Zwei kann man selbstverständlich ein Grundeinkommen national einführen, allerdings nicht für die Staatsbürgerinnen hier, sondern für die hier lebenden Menschen. Und die Konzepte, die ich kenne, die zielen auch genau darauf ab. Auch das wäre schlussendlich eine Souveränzentscheidung. Und deine Frage von vorhin ist noch offen, nämlich die Möglichkeit, dass in souveräner Demokratie verheerende Entscheidungen getroffen werden. Das ist kein Privileg der souveränen Demokratie, das ist kein Privileg der direkten Demokratie. Das ist die Gefahr bei jedem demokratischen Entscheidungsvorgang. Genauso wie Parlamente beschließen können, dass sie in den Krieg ziehen, dass sie Todesstrafe einführen, wie Libyen oder Türkei jetzt da, dass sie foltern, ist jedes demokratische Verfahren anfällig, dass ein verheerendes Ergebnis dabei herauskommt. Wir könnten empirisch nachfragen, aber ich teile deine Befürchtung. Ich möchte genauso wie Richard, möchte ich nicht, dass über souveräne Demokratie Minderheitenrechte verletzt werden, dass Grundrechte ausgehebelt werden oder dass die Demokratie abgeschafft wird. In Österreich gibt es sicher einige Menschen, die würden gerne einen bestimmten Parteiführer zum Diktator von Österreich wählen, per direkte Demokratie. Ich teile die Befürchtungen. Ich frage, empirisch, wo ist die Gefahr größer, bei Parlamentsentscheiden oder bei direktdemokratischen Entscheiden? Empirisch ist die Gefahr auf beiden Ebenen mit einem gewissen Grade da, allerdings auf Parlaments-Ebene ist sie größer. Und ich bringe recht die drastischen Beispiele, nicht nur die Todesstrafen, Einführung durch Parlamente, sondern 13 EU-Mitgliedstaaten sind in einen völkerrechtswidrigen Krieg gezogen. Und niemand schlagt aber vor, was, 13 Parlamente entscheiden sich für einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wir müssen die parlamentarische Demokratie abschaffen, sagt niemand deswegen. Obwohl das eigentlich die logische Konsequenz wäre. Die logische Konsequenz wäre, dass wir gegen beide Verfahren, gegen den Parlamentsbeschluss und gegen den Souveränzbeschluss, dass wir uns hier immunisieren und tabuisieren, die Verletzung von Minderheitenrechten, die Aushebelung von Grundrechten und die Abschaffung der Demokratie. Da gibt es auch ein schönes Beispiel aus Deutschland, das Ermächtigungsgesetz war keine Volksabstimmung, sondern es war ein Parlamentsbeschluss. Und wenn es das geben würde, was ich vorschlage, dass das nämlich tabuisiert wird, würde der Verfassung, würde Karlsruhe sagen, wenn das Parlament das beschließen würde, nein darfst du nicht. Und wenn du darauf bestehst, gibt es in drei Wochen Neuwahlen, aber das Ermächtigungsgesetz ist null und nichtig, weil das verfassungswidrig ist, nach der, wenn du, letzter Satz, wenn du in der Allgemeinheit den Souverän abstimmen lässt, wollt ihr grundsätzlich Grundrechte aushebeln, Minderheiten diskriminieren oder die Demokratie abschaffen, da glaube ich, dass es immer vernünftige Mehrheiten gibt. Im Einzelanlassfall, jetzt gibt es gerade eine bestimmte Hetze gegen eine bestimmte Minderheit, da kann es passieren, dass der Souverän diese bestimmte Minderheit diskriminiert, das hat es auch gegeben. Und da geben wir es aus meiner Sicht der beste, auch kein letztgültiger Schutz, gebe ich dir auch wieder recht, aber es ist der bestmögliche Schutz, dass man in der Allgemeinheit die Minderheitenrechte schützt und da, glaube ich, gibt es in den meisten Fällen, in den aktuellen Demokratien vernünftige Mehrheiten, die das so beschließen würden. Herzlichen Dank, Ergänzung von dir und dann Jörg mit Fragen. Also nur ganz zwei kurze Punkte, sehr, sehr interessant ist das, was du über die Kriege gesagt hast. Immanuel Kant hat in seiner Schrift zum ewigen Frieden gesagt, wenn alle Länder Republiken wären, gäbe es keine Kriege mehr. Damit hat er aber unterstellt, dass in diesen Ländern Volksbefragungen darüber abgefasst werden, ob die Leute Kriege wollen oder nicht. Und es ist tatsächlich so, dass nie ein Krieg in der Geschichte auf Basis einer Volksentscheidung gemacht wurde, sondern immer nur dadurch, dass Parlamente es entschieden haben und das ist der einzige Grund, warum Republiken Kriege führen. Also da würde ich dir absolut recht geben. Einen zweiten Punkt, den du so leichtfertig gesagt hast, das Grundeinkommen soll nicht nur für deutsche Staatsbürger gelten, sondern alle für in Deutschland lebenden Menschen, ist ein enormer Anreiz für die Migranten aus aller Welt, einzuwandern in ein Sozialsystem, das jedem Menschen, der hier lebt, 1500 Euro Grundeinkommen zahlt. Und da haben wir wieder genau das große Problem, dass wir das eine oder das andere nicht denken können. Also ohne eine andere Politik gegenüber den Ländern der sogenannten dritten Welt haben wir große Probleme, das Grundeinkommen einzuführen, weil wir dann an unseren Grenzen schießen müssen. Da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang, den wir uns auch klar machen sollen. Und damit würden wir, ich will das nicht lange vertiefen, aber es gibt zwei ganz wichtige Punkte. Der eine Punkt ist, wir brauchen ein Freihandelsabkommen mit der sogenannten dritten Welt, das diesen Ländern ermöglicht, alle Produkte, die sie haben bei uns, zollfrei auf den Markt zu bringen und umgekehrt ihnen erlaubt, alle erdenklichen Zölle auf unsere Produkte zu erheben. Da hat die Doha-Runde Jahre über Jahre drüber diskutiert. Wir waren dazu nicht bereit. Wenn wir nicht begreifen, dass wir eine enorm flüchtlingspräventive Außenpolitik machen müssen, dass es unserem vitalen Interesse steht, einen beträchtlichen Bestandteil unseres Haushaltes und nicht einen Betrag von unter einem Prozent dafür auszugeben, dass die Menschenrechte nicht nur für uns gelten, sondern auch für andere Länder, dann werden wir irgendwann unsere Grenzen nicht mehr verteidigen können und beim Grundeinkommen erst recht nicht mehr. Das nur mal am Rande. Nach dem Motto, freiwillig flüchtet ja niemand. Jörg, du hast noch ein Paket. Ich habe mir drei Fragen ausgesucht, habe aber selber noch eine Frage oder These. Auch du darfst fragen. Danke, Peter. Du hast vorhin Christian Götz-Werner als Stichwort genannt und ich hatte vor kurzem einen Vortrag von Götz-Werner mir angesehen im Netz und er hat an einen Umstand erinnert, den ich selber gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, der aber ganz interessant ist, wenn wir der Frage nachgehen, ist ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzierbar? Er hat gesagt, und ich kann mich daran sehr gut erinnern, viele von euch sicherlich auch, 1989, 90 gab es einen Punkt, bei uns auch in Dresden wie in der gesamten DDR, wo fast in einer Nacht-und-Nebel-Aktion alle Produkte, alle Waren aus den Kaufhallen verschwunden sind und ersetzt wurden durch Produkte aus der Bundesrepublik. Das heißt, in einer fast paar Knopfdruck-Aktion konnten die Konsumbedürfnisse von 17 Millionen neuen Konsumenten befriedigt werden. Das ist also ein Verweis auf die Produktivität der damaligen Bundesrepublik, die scheinbar eine so große Überproduktion bereits in sich trug, dass das möglich war. Das ist jetzt 27 oder 28 Jahre her, ich weiß nicht, wo die Produktivität heute liegt, aber die interessante Frage, die Götz-Werner dort gestellt hat, ist, gibt es da wirklich ein Finanzierungsproblem, wenn so viele Waren da sind? Gibt es das eigentlich? Ist das wirklich ein Geldproblem, das bedingungslose Grundeinkommen? Das ist die eine Frage von mir, die ich in den Raum werfen will. Ich würde gerne noch die anderen drei. Aber da sind wir uns wahnsinnig schnell einig, also das war halt Christian Felber gesagt, das habe ich auch gesagt, es ist überhaupt kein Finanzierungsproblem, es ist ein Verteilungsproblem. Also das ist nicht so, als ob in diesem Land irgendwie kein Geld da wäre. Das gilt genau für das Bildungssystem. Das Problem beim Bildungssystem ist immer glauben, dass wir es nur über Geld lösen müssten. Ja, und über Geld alleine löst sich im Bildungssystem überhaupt nichts. Aber es ist nicht so, dass dieses reichste Deutschland aller Zeiten kein Geld dafür hätte, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Das ist Unsinn. Wer Ihnen sowas erzählt, will sie veralbern. Okay, jetzt Richard will ich dich auch mal zu Wort kommen lassen. Und, äh, kleiner Schatz. Philipp Jeckel hat eine Frage gestellt und ich würde jetzt aber gerne drei Fragen, die ich mir rausgesucht habe, hintereinander bringen. Und dann könnte vielleicht Richard auf die erste und dann ihr auf die anderen antworten. Und nochmal vielen Dank an die rege Beteiligung unserer Gäste. Die erste Frage an Richard ist, setzt ein Einkommen ohne Bedingungen die richtigen Anreize für die Bevölkerung? Die zweite Frage. Ich beantworte die nacheinander, sonst merke ich mir die nicht. Also, ich habe ja angeblich schon eine Flasche Wein getrunken. Nein. Also, die Frage ist, welche Anreize wozu setzen in einer Gesellschaft, wo für die Hälfte der Leute kein Job mehr da ist, verstehe ich nicht. Das ist doch Denken, Oldschool-Denken. Ja, das ist sozusagen derjenige, der nicht einer Lohnarbeit nachgeht. Ja, der ist kein vollständiger Bürger, weil der ist irgendwie zu faul und der macht nicht und wie auch immer. Das ist genau jenes Gesellschaftsmodell, das verloren geht. Ich will doch nicht auch noch Anreize all den Leuten geben, für die sowieso keine Arbeit mehr da ist. Also, Sie müssen es verstehen, es findet sich gerade eine enorme Veränderung der Gesellschaft statt. Nur unter den Bedingungen der alten Arbeitsgesellschaft stellt sich die Anreizfrage. Das war ja auch, was Gysi bei YouTube gesagt hat, dass er gesagt hat, der, der sich anstrengt, der soll mehr haben als der, der sie nicht anstrengt. Ja, aber wenn für die Hälfte der Leute keine Arbeit mehr da ist, ist mir völlig egal, ob derjenige, der jetzt ein Grundeinkommen bezieht, sich eigentlich anstrengt oder nicht anstrengt. Die Frage wächst sich allmählich raus. Vielen Dank. Die nächste Frage, jetzt wird es mal ganz konkret, ich würde aber gar nicht, ich muss die beiden jetzt zusammenbringen, weil die letzte Frage, die ist ganz, ganz schön, die muss ich gleich noch dranhängen. Also, leider keine Absender. Die erste Frage, da hält es ein Gast mit Lenin, er fragt nämlich, was tun die nächsten zehn Jahre? Konkrete Antwort, Ausrufezeichen, Ökonomie, Ökologie, Politik, also ganz konkret, was machen wir jetzt die nächsten zehn Jahre? Und die letzte Frage, das ist ein Kind, was fragt, finde ich sehr schön, gibt es mehr gute oder schlechte Menschen, wenn man die Welt wiegt? Der Vater ist bei dieser Frage ratlos, Punkt, 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 Fragezeichen. Da kann ich mit einer Geschichte antworten, die lautet, das kennen vermuten, weiß ich nicht, es gibt ein großes Feuer hier in der Mitte und es sitzt die Enkelin mit der Großmutter vor dem Feuer und die Enkelin sagt zur Großmutter, Großmutter, ich habe so Angst. Und die Großmutter sagt, ja warum? Ja, in meiner Brust, da kämpfen zwei Wölfe und der eine ist gut und der andere ist böse und welcher wird gewinnen? Und die Großmutter sagt, ja, der, den du fütterst. Und die Gemeinwohlökonomie sagt, der Mensch ist von Natur aus weder gut noch böse, wir sind sowohl gut als auch böse, wir können zärtlich sein und das international, wir können grausam sein und das industriell und hochproduktiv, haben wir alles bewiesen, aber darum geht es nicht. Unsere Gene lassen uns vollständige Freiheit. Es ist immer eine freie Entscheidung, ob wir grausam sind oder ob wir zärtlich sind. Darum geht es deshalb in der Wirtschaft auch nicht, sondern in der Wirtschaft geht es tatsächlich primär um die Anreize, nämlich die, die dann arbeiten, die, die Unternehmen gründen, die, die wirtschaftliche Aktivitäten praktizieren und investieren. Und wenn man hier diejenigen belohnt, die sich rücksichtslos und egoistisch und geizig und gierig verhalten, das sind die derzeitigen Systemspielregeln, Gewinnstreben und Konkurrenz, dann werden wir epidemisch diese menschlichen Schwächen beobachten. Und die Ökonomen erzählen uns dann, so ist der Mensch von der Natur aus. Und die Gemeinwohlökonomie sagt, nein, wir schreiben die Systemspielregeln um auf Gemeinwohlstreben und auf Kooperation und dann werden, weil dann eben menschliche Tugenden begünstigt werden von Kooperation, Solidarität, Teilen, Großzügigkeit, Empathie, werden dann auch sehr häufig auftreten, nicht weil sie in der Menschennatur notwendigerweise veranlagt sind, sondern weil sie dort möglicher als Möglichkeiten angelegt sind. Aber wenn sie von intelligenten Systemspielregeln belohnt werden, dann werden sich Menschen in einer Gemeinwohlökonomie anders verhalten als im Kapitalismus. Ich bin da vollständig der gleichen Meinung wie Christian und da müssen wir noch eins dazu sagen. Also sehr, sehr viel Elend und Unheil in der Welt kommt nicht von bösen Menschen. Also böse bedeutet ja in unserer Vorstellung, dass jemand mit Absicht anderen Schaden zufügen will. Aber der größte Schaden, der zugefügt wird, wird durch Gedankenlosigkeit, nicht hingucken, sich dafür nicht interessieren und dergleichen gemacht. Also erstmal muss man das Böse vom Schlechten unterscheiden. Böse sind diejenigen Menschen, die ein Lustgefühl dabei haben, andere zu schädigen. Die gibt es, es gibt es sogar in sehr vielen Menschen, aber in den meisten Menschen ist das unterrepräsentiert. Also das ist schon mal da in der einen oder anderen Fantasie oder sowas, spielt aber im Alltag nicht so eine große Rolle. Das Schlechte sind die Menschen, die ohne dass sie irgendwelche Lustgefühle damit haben, bereit sind, das Elend von Menschen in der Welt in Kauf zu nehmen. Also ich würde mal sagen, der National Security Council, das ist jenes Instrumentarium in den USA, das die amerikanische Außenpolitik bestimmt und zwar völlig egal, wer Präsident ist. Da sitzen eine ganze Reihe von Leuten, denen ich nichts Böses zutraue, aber alles Schlechte in dieser Welt. Leute wie Dick Cheney zum Beispiel gehörten dazu. Die hatten da nicht irgendwelche Lustgefühle oder sowas, die hatten Interessen und waren bereit für diese Interessen, den Irakkrieg zu machen und vieles andere mehr. Das muss man alles unterscheiden, weil diese einfache Unterscheidung in Gut und Böse, die trifft keinen Menschen. Ich bin überzeugt davon, hier sitzen 3000 Menschen, die sich alle nicht für die Bösen halten, aber genug Dinge machen in ihrem Leben, die letztlich negative Konsequenzen für andere Menschen haben, auch wenn sie das nicht wollen. Deswegen ist sozusagen die Moralisierung dieser Frage nicht besonders heilsam, wenn man die Probleme lösen will. Und Christian hat das ja gerade sehr sozialpsychologisch aufgelöst, in dem er sagt, im Grunde genommen ist es ja eine Frage, wer gibt die innere Mehrheitsentscheidung dafür, irgendwas zu tun. Und das ist eine Frage des Umfeldes, das ist eine Frage der Bildung, es ist eine Frage der Selbstsensibilisierung und diese Selbstsensibilisierung muss man sich wiederum leisten können. Da braucht man Zeit für, da muss man in bestimmten Umständen leben. Und wenn man einbehalten ist in einem bestimmten Stress, und da bist du ja genau der Richtige für, du warst ja mal der Böse und bist jetzt der Gute, weißt ja natürlich relativ genau, was sozusagen in einem vorgeht und welche Gründe alle eine Rolle spielen, dass man, der Mensch hat keinen Kern, ja, der Mensch hat keinen guten oder keinen bösen Kern, sondern er ist die Summe der Umstände, in denen er sich entscheidet für das eine und für das andere, die wiederum von Umständen abhängig sind und nicht nur alleine von sich selbst. Wir sollten die Frage nach dem Elend in der Welt nicht tiefenpsychologisch moralisieren, sondern wir sollten den Umständen ihren Raum geben. Wir sind ziemlich frei. Wir sind ziemlich frei und dem gilt auch die zweite Frage, glaube ich, was sollen wir jetzt konkret tun? Und mir liegt noch sehr am Herzen zu sagen, dass die Gemeinwohlkommie auch schon in Dresden gelandet ist und es gibt eine Regionalgruppe, die unter dem roten Zelt, ich weiß nicht, ob das Rot jetzt noch erkennen kann beim Eingang, einen Infostand hat und es gibt viele andere Regionalgruppen. Ihr könnt in jeder Stadt und in jeder Kommune eine lokale oder regionale Gruppe gründen. Ihr könnt bei jedem Unternehmen, mit dem ihr in irgendeiner Form zu tun habt, bei dem ihr einkauft oder das ihr besitzt oder in dem ihr arbeitet oder in dem ihr im Betriebsrat seid, könnt ihr anregen, dass ihr seine Gemeinwohlbilanz macht. Wie viel gibt es schon weltweit? Es gibt Unterstützen zum 2300 und die Gemeinwohl gemacht haben 400 Unternehmen und wir sind gestartet vor sechs Jahren. Also wir sind eine sehr, sehr junge Initiative, aber das sind ganz konkrete Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Wir haben dann auch Inhaltsgruppen, da kann man auch sogar wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, wie die Bilanz weiterentwickeln. Die soll ja auch, eine Frage war CSR, soziale Verantwortung von Unternehmen. Ja, aber in der zweiten Generation, mit dem Unterschied zur ersten Generation, dass sie wirkt. Weil sie ist wie die Finanzbilanz, sie ist gesetzlich verbindlich, sie wird extern geprüft und das Ergebnis hat dann Folgen auf die Steuerhöhe, auf die Finanzierung und auf alles andere. Damit dieses Verhältnis von heute, nämlich dass die ethischen Produkte, die nachhaltigen Produkte, die verantwortlichen Produkte oder die regionalen Produkte, die heute im Regelfall teurer sind als die weniger ethischen, wodurch die unethischen Produkte einen Wettbewerbsvorteil haben. Das ist doch eine unethische, das ist eine dumme Marktwirtschaft. Ich weiß nicht, ob ich schlecht oder böse sagen soll. Und das würde umgekehrt, wenn das Gemeinwohlbilanzergebnis gekoppelt wird an diese unterschiedliche rechtliche Behandlung. Man kann mitarbeiten in der Wissenschaft, in der Forschung, man kann mit den Konsumentinnen arbeiten und ganz viel von dem, was Gemeinwohlökonomie in den letzten Jahren gewachsen ist, haben Menschen, die vor fünf Jahren noch überhaupt nicht dabei waren, vor sieben Jahren war niemand dabei, ko-kreativ selbst entwickelt. Das heißt, das ist das erste Angebot. Und das zweite Angebot ist, dass wir die souveräne Demokratie vorsichtig, mit aller Vorsicht, aber langsam aufbauen als nächste Entwicklungsstufe der Demokratie, dass wir uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen. Aber der erste Schritt dazu ist das Souveränbewusstsein, nämlich, dass wir uns selbst die Frage stellen, bin ich eigentlich überhaupt willig und möchte ich überhaupt diesen Freiheitsgrad innehaben, dass ich die grundlegenden Entscheidungen mitgestalte? Oder möchte ich eigentlich, dass nur andere diese Entscheidungen treffen? Und das ist sozusagen meine letzte, nachdem wir alle Vorsichts- und Gegenargumente übersprungen haben, das letzte Argument ist, dass die Menschenwürde, deretwegen wir uns hier versammelt haben, deretwegen wir auch das Grundeinkommen in dieser Situation befürworten, dass die Menschenwürde letztlich uns davon abhalten muss, zu sagen, du darfst aber bei dieser Frage nicht mitentscheiden. Herzlichen Dank. Richard, du hast das allerletzte Wort zu den zehn Jahren. In dem Moment, wo ein richtiger Bruch entsteht, und der wird durch die digitale Revolution entstehen in den nächsten Jahren, in dem klar wird, dass der gegenwärtige Kurs nicht weiter verfolgt werden kann. Und das werden wir relativ rasch erleben. Einfach, das große Fanale oder große Signal wird der Ausbruch der großen Arbeitslosigkeit sein. Und in dem Moment ist es wichtig, wie viele gute Ideen hat man bis dahin für die Zukunft entwickelt. Was von dem, was Christian jetzt macht, kann man innerhalb relativ kurzer Zeit gesellschaftlich stärker implementieren. Weil auf der Gegenseite wird genau, also die AfD wird jetzt kein gutes Wahlergebnis einführen, wenn wir mit sieben Prozent im Bundestag kommen. Aber wenn wir mal eine Arbeitslosigkeit haben von fünf, sechs, sieben, acht Millionen, dann werden wir eine totale Polarisierung der Gesellschaft erleben, noch in den nächsten zehn Jahren. Auf der einen Seite sozusagen die Ritropie, die den falschen, also immer den armen Schweinen die Schuld gibt, also den Migranten und so weiter. Und auf der anderen Seite müssen diejenigen sich zusammenschließen, die verdammt gute Ideen haben, wie sie diese Transformation der Gesellschaft machen können. Da muss es eine große Solidarität geben, die mit Parteien im Detail gar nichts mehr zu tun hat. Aber die Parteien werden sich dieser Solidarität anschließen. Wir finden heute in der Bundesrepublik viele von Ihnen, Willy Brandt wäre eine große Lichtgestalt gewesen. Aber der wird als Lichtgestalt wahrgenommen, weil er sich angeschlossen hat, einer gesellschaftlichen Bewegung, die längst da war, an den Universitäten und so weiter. Wenn ein sozialdemokratischer Kanzlerkandidat in den 70er Jahren einen Slogan sich ausgedacht hat, dann hat er in die Tiefe der gesellschaftlichen Bewegung gehorcht. Wenn Martin Schulz oder Gabriel sich einen ausdenken, dann beauftragen sie eine Werbeagentur. Das ist der große Unterschied. Und erst in dem Moment, wo keine Werbeagentur beauftragt wird, wo man so die Strömung, also sie ernst nimmt, wird daraus eine gesellschaftliche Bewegung kommen, von der ich hoffe, dass sie stärker wird als die Retro-Bewegung. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich Optimist bin, aber ich bin einfach lieber Optimist, weil es immer so feige ist, pessimistisch zu sein. Und ihr gewinnt dann. Euer Beifall, ganz herzlichen Dank an Christian Felber, Ganz herzlichen Dank an Richard David Precht Und herzlichen Dank an Jörg Polenz Euch ganz herzlichen Dank, dass ihr alle hier wart, dass ihr so wunderbar zugehört habt, mitdiskutiert. Einen traumhaften Abend noch. Applaus der